Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Saison. Zugzwang, dem einzigen, dem größten und wahrscheinlich auch dem meistgesehenen Schachturnier hier auf Rocket Beans TV. An meiner Seite kein geringer als der Großmeister, der deutsche Bundestrainer, der Bundesinnenminister des Schachs, Jan Gustafsson. Hi, schön wieder hier zu sein. Wie geht's dir? Ja, toll, toll. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Oh, stark. Wir freuen uns sehr heute wieder durch die Partien. Warum ist da Intro? Blinkt das noch? Haben wir noch ein Intro? Das war alles cool oben. Ich bin jetzt nicht sicher, ob noch kommt noch ein Intro. So, haben wir noch ein Countdown oder? Jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu Zugzwang heute mit zwei Knaller Viertelfinals, acht Spieler, ein Sieger und es geht gleich los mit einer der Mitfavoritinnen, haben wir schon attestiert. Maluna, seit Jahren sehr Schacherfahren, fleißig dabei, gegen für mich Newcomerin in der Schachwelt, Smash Lunatic. Ja. Ähm, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Du sagst, Maluna war schon, ist schon seit Jahren, aber ich dachte, als sie das letzte Mal bei uns teilgenommen hat, hat sie auch gemeint, dass sie nicht so viel Schacherfahrung hat, oder? Ja, ich glaub, sie hat vor, ich weiß nicht, vielleicht zwei Jahren oder so, ich glaub, aus freien Stücken, freiwillig angefangen. Ja, wer macht so was? Aber zu Schach zu spielen? Ich hätt's auch gemacht, weil ich war sieben und auf dem Schiff. Ja. Wenn du Videospiele gehabt hättest, wärst du heute wahrscheinlich ein richtig guter StarCraft-Spieler. Das wär's gewesen. Ich hatte Super Mario 1, hatte ich damals, auf dem NES. Stark. Stark. Und hier Tetris. Ja. Aber Moment, hattest du auf dem Schiff ein NES? Nein, das war später. Ähm, ja. Also, es wird schwer sein, hier das zu predikten, da wir nicht so viel wissen über Smash Lunatics-Schachkünstler. Aber das Tolle ist, die beiden sind uns ja jetzt zugeschaltet und wir können sie einfach mal fragen. Wir sagen Hallo an Maluna und Hallo an Smash Lunatic. Dankeschön, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Fangen wir doch mal an bei Maluna. Ähm, Jan hat dich ja jetzt hier schon einfach mal so als Favoritin, ähm, heraus. Ist viel Druck. Ja, ist viel Druck. Koren. Was stimmt denn jetzt mit deiner Schach-Expertise? Ich dachte, du hättest beim letzten Zugzwang gesagt, da ist noch nicht so viel Erfahrung. Aber Jan, du bist schon seit Jahren dabei. Ja, Jan will natürlich, ja, als Ex-Schüler von Jan, ja. Also, ich will ihn natürlich auch stolz machen heute. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich hab angefangen zu spielen, aktiv Schach, tatsächlich für Zugzwang letztes Jahr, als ich die Einladung erhielt. Weißt du, okay, ich geh das jetzt an. Ich fang an, Schach zu lernen. Naja, lief so, naja. Bis heute, sag ich mal, hab ich, äh, ich spiel halt viel. Das heißt aber nicht viel. So, sagen wir es mal so. Da hab ich auch zwischenzeitlich weniger wieder gespielt und vor kurzem dann wieder ein bisschen mehr. Da hab ich meinen, äh, meinen persönlichen Höchstrekord geschafft. Und dann hat ich jetzt halt ... Hast du die Tausend? Ich hab's nicht verfolgt. Sind die Tausend gefallen? Ja, die Tausend sind gefallen und pass, halt dich fest. Dann hatte ich jetzt, äh, ein paar Wochen jetzt Pause, hab halt viel mit Umzug und Familienstress und so aktuell. Und da hab ich gestern mir gedacht, komm, zockst du noch mal rein, bereitest dich vor. Ich hab 20 Games verloren seit gestern und damit auch über 100 ELO. Ist nicht schlimm. Also, so läuft das manchmal im Leben. Alles gut. Jetzt war ein ELO, es war ein schwarzer Tag. Ja, aber man muss sagen, die Tausender ELO ist auch, das ist eine harte, das ist eine ganz harte Gruppe. Das ist eine Harte. Also, 800 ist auf jeden Fall ein Level und dann so 1100 da. Merkt man schon. Ist ein anderer Schnack. Smash Lunatic, wie sieht's denn bei dir aus mit den Schachkern? Du bist so eine Teilnehmerin hier im Feld, wo wir's alle nicht so richtig einschätzen können. Erzähl uns mal ein bisschen über deinen Schach-Background. Ja, also, ich hab damals mit meinem Opa mal Schach gespielt. Da war ich, weiß ich nicht, acht oder neun oder zehn. Hat er mir das halt so ein bisschen beigebracht. Ich hab mir zwei Leitsätze gemerkt. Bringer am Rand ist eine Schand. Und, äh, okay, der andere ist kein Leitsatz, das andere ist einfach nur ein Zug, den ich mir gemerkt hab von ihm. Welcher? Willst du denn sagen? Die Rochade. Ah, okay. Das war ruhig, Eddie seit 99 Partien beizubringen. Springer in die Mitte, rochieren. Also, das ist schon viel. Ich rochiere auch, nur nicht immer zu dem Zeitpunkt, wo du's gerne hättest. Das stimmt, das stimmt. So. Okay, also, da ist so ein bisschen Grunderfahrung. Aber jetzt in Vorbereitung auf Zugzwang, hast du da noch mal ein bisschen intensiver dich mit Schach auseinandergesetzt? Oder ist jetzt das Level immer noch das, was du damals mit deinem Opa gehabt hast? Also, ich hatte dasselbe vor wie Maluna. Ich hab die Einladung erhalten und hab gedacht, okay, da häng ich mich jetzt rein. Und ich hab's nicht so wirklich gemacht. Okay. Ich hätte's mehr machen müssen. Ähm, ich hab gestern noch mal mit nem Kumpel ein bisschen gespielt. Ähm ... Schauen wir mal, was wird, ne? Schauen wir mal, was wird. Was wird. Ja. Was wird. Also, ich sag mal so, ich finde mal, Maluna hat ... Wir haben das das letzte Mal auch ... Wir wollen ... Ich will's jetzt nicht hier unnötig hypen und den Druck aufbauen, aber wir waren letzt ... Ja, das ist so. Wir waren im letzten Turnier doch alle sehr, sehr beeindruckt von dir. Und immer, wenn ich irgendwie auf Twitch bin und mal so gucke, ich seh ganz oft seh ich dich spielen. So. Wirklich Licht aus und Kapuze drüber einfach am Cue'n im Stream, ja. Ja. Ja, das ist immer ganz toll. Aber das ist ... Ich find das auch toll. Das ist doch schön, dass das so ... Ist das ein Hobby für dich geworden seit Zugzwang? Ja, es macht schon sehr viel Spaß. Es macht auch Spaß, dann anderen Anfängern so mal gegen die eigene Mama spielen, die dann keine Ahnung hat und dann packst du dein Schäfermat aus und sie denkt sich so, was ist grad passiert? Und bist so, tja, hab ich gelernt. Oder ja. Ist halt für zwischendurch immer sehr angenehm. Smash Luna, ich freu sie auch schon, dass mal Luna hier schon Taktiken raushaut. Nein, 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 ich mach hier nix. Ich mach ... Nein, nein. Aber Luna hat ja auch viel Umzugsstress hier, Köln, die es da ... Ja, so viele ... Ich hatte so viele Tschüss-Dame-Situationen die letzten paar Stunden. Ich bin mental auf jeden Fall gebrochen, ja. So viel zu mir. Genau, ja. Ich hab immer meine Dame einfach durch Nummer Sachen verloren. Botus Gambit. Botus Gambit. Sehr beliebt. Botus? Von den Sisters? Ja, ja. Das Botus Gambit. Kennst du die? Ja, ich verfolge die aktiv. Ich habe damals tatsächlich angefangen mit Schach. Nicht wegen den beiden, aber wegen Anna Kramling tatsächlich. Die verfolge ich auch sehr aktiv. Ich mag sie sehr gerne. Ich hab wegen den Botus-Twins angefangen mit Instagram. Ach so. Also ... Auch? Ich hab die auf Instagram dann ... Also ... Also, du bist Instagram beigetreten. Instagram beigetreten. Und den Botus-Sisters. Genau. Ich hab erst danach festgestellt, dass die Schach spielen. Wusste ich gar nicht. Ach so, wo erkanntest du sie dann? Es wird immer schlimmer gerade. Da wurden sie hier vorgeschlagen. Algorithmus. Kein Mensch weiß, wie das funktioniert. Schnell zurück ... Schnell zurück zum Thema Schach. Seid ihr denn soweit bereit und seid ihr mit den Regeln vertraut? Denn es gibt ja hier ein Best of Three. Und ich würde sagen, für alle, die heute zum allerersten Mal zuschauen bei Zugzwang ... Erklär doch mal die Regeln. Ich bin gespannt, ob du die Regeln hast. Ich wollte es gerade an dich übergeben. Wir haben natürlich ein Best of Three. So, dass jeder von euch einmal schwarz, einmal weiß spielt. Sollte es nach diesen beiden Partien unentschieden stehen, also jeder eine Partie gewonnen haben, dann kommt es zu einer dritten Partie, die sich Armageddon nennt. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das ein Joke ist, den Jan seit Jahren hier reingetragen hat, oder ob das wirklich die offizielle Bezeichnung ist. Weil ich find das so ein bisschen übertrieben, Armageddon. Ich find auch ein bisschen martialisch, aber so wird's genannt in der Schachwelt tatsächlich. Es gibt ja eine Entscheidungspartie mit weniger Bedenkzeit. Beide Seiten würden fünf Minuten kriegen, keine Zeit dazu. Und weiß hätte Siegzwang. Das heißt, schwarz wäre bei einem unentschieden weiter. Aber so weit sind wir noch nicht. Und vielleicht erklären wir auch noch ganz kurz die Zeit. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Faktor. Wir spielen hier mit 10, 15 oder 10, 10? Was war das Spiel? 10, 10. 10, 10. Also, wir spielen zehn Minuten und zehn Sekunden Inkrement. Das heißt, für jeden Zug, den ihr macht, bekommt ihr noch mal zehn Sekunden auf euer Zeitkonto gutgeschrieben. Ganz wichtig. Also, man muss hier zwar schon zügig denken und spielen, aber durch diese zehn Sekunden, die man extra immer noch mal für einen Zug kriegt, hat man auch immer noch einen kleinen Puffer, also keine Panik. Aber bei wem die Uhr zuerst abgelaufen ist, der hat auch verloren. Also, so könnte man theoretisch auch verlieren, unabhängig davon, wie es dann auf dem Schachbrett aussieht. Selbst wenn die andere Person dann noch zehn Figuren mehr hat. Also, immer auch einen Blick auf die Schachuhr haben. Ja, das sind soweit die Regeln. Wer gewinnt, kommt eine Runde weiter. Wer verliert, ist leider raus. Da sehen wir auch noch mal den Turnierbaum. Und ja, es geht heute um den Einzug ins erste Halbfinale. Und ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, ich wäre soweit. Ich bin auch, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber es wird gleich nicht besser werden. Also, fangen wir an. Okay, seid ihr ready? Wir sind ready. Ich bin ready. Ich mute Franzi, ne? Genau, ihr muted euch gegenseitig und uns bitte auch, damit ihr nicht hört, was wir sagen. Ja. Warte. Alles klar, viel Erfolg, Franzi. Viel Erfolg, viel Spaß. Viel Glück. Liebe Grüße an alle. Liebe Grüße, Gali Grü. So nett sind die noch, ne? Ja, ja, ja. Das ist, wenn ich so eine Schachpartie, ich hab mir, wie gesagt, ich guck ja ganz viele von Magnus Olsen, guck ich ja ganz viele Partien immer online. Die gucken sich ja nicht an, die halten sich, wenn überhaupt, so die Hand dahin. Da wird nicht viel drüber nett geredet. Aber hier wird sich noch Glück gewünscht und so weiter. Also, Schach verdirbt den Charakter, da bin ich mir sicher. Was soll ich dir sagen? Gut, dann fangen wir an mit Match 1. Es geht los. Smash Lunatic mit den weißen Steinen. Maluna mit schwarz. Und wir sehen, Maluna hat die Elo-Favoritin. Und trotz der gestrigen Verluste, Smash Lunatic bei 193 und Maluna bei 873. Das ist schon, ist schon ein Unterschied. 193? Aber wahrscheinlich gerade angefangen. Wahrscheinlich ist die Zahl noch nicht repräsentativ. Wir sehen eine ganz klassische Eröffnung. Baunach E4, Baunach E5, Schweiner F3, Schweiner C6. Wie kennst du hier aus? Wie heißt diese Eröffnung? Das ist natürlich die italienische Eröffnung. Und so geschieht es. Wurde hier auch gespielt, ist die Standard, ist so die Anfänger. Also, nicht nur Anfänger, aber wird auch immer gesagt, dass das die Anfänger ... Ja, aber ist auch eine gute Eröffnung. Italienisch ist gut, spanisch ist auch gut. Läufer einfällt weiter. Ja, und das bedeutet ... Und jetzt hier, das ist ein Szenario, was wir kennen aus den Gardé-Gustavsern-Partien. Die kurze Rochade wurde ausgeführt, aber der Bauer auf E4 wurde vernachlässigt. Maluna schlägt ihn allerdings nicht raus. Ich hätte ihn gnadenlos weggenommen. Stattdessen wird bei beiden Seiten ja die Figurenentwicklung vorangetrieben. Relativ klassisch. Ist das das Vierspringerspiel? Ja. Ja. Lass ich gelten. Also, italienisches Vierspringerspiel. Italienisches Vierspringerspiel. Also, das Stallion ... Was heißt Pferd auf Englisch? Stallion. Italian Stallion. Italian Stallion. Das stimmt nicht, ne? Willst du wissen, was Pferd auf Englisch heißt? Aus. Nein, auf Italienisch. Ähm ... Caballo. Wirklich? Okay. Ja, interessant auf jeden Fall. Hier ein quasi gespiegeltes Brett. Das kann man natürlich immer machen. Du sagst immer, wenn man zu lange als schwarz die weißen Figuren spiegelt, dann wird sich das irgendwann rächen, ne? Ja, irgendwann stehst du ja als Erste im Schach und kannst da ja nicht selber Schach geben. Oder es wird dir als Erste die Dame weggenommen. Du kannst nicht die Dame selber schlagen, weil die feindliche Dame es gemacht hat. Ich weiß es doch auch nicht. Aber bisher alles noch. Ganz gängige Bilder, beide Seiten. Bring die Figuren ins Spiel. Auch Maluna sollte jetzt hier noch einen Zug weiterspiegeln. den Bauern vorziehen, um diesen Läufer zu aktivieren. Danach sehen wir die typischen Themen. Die Eröffnung, der viel gespielt. Gerade so hier auf Zugzwang-Level mit den Fesselungen. Aber Maluna macht gleich Stress hier. Ja. Caballo de Cuatro bringt den Springer schon in die gegnerische Hälfte. Was hier, der Bauer? Ist das eine Falle? Das ist die Frage. Was denkt sie sich dabei? Und auch hier, ja, der Bauer ist ungeschützt. Auch unzufrieden. Die Frage ist, ob Maluna da jetzt auch so drauf ist wie du. Wenn du einen Bauern siehst, den du haben kannst, da kann ich ja nichts mehr von abhalten. Das ist ja so, wie wenn ich einen McChicken sehe. Da ist ja dann ... McChicken, hast du deins? Ja, so ein McChicken. Hast du überrascht mich. Oder Long Chicken bei Burger King, aber mit Käse. Ja, ich hätte eher so als Big King XXL-Typ gesehen. Aber wenn ich schlechtes Gewissen hab, nehme ich den McChicken. Ja, 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 das ist gesund. Also, Weiß könnte diesen Bauer schlagen. Und das tut sie auch. Smash Lunatic, bisher starke Vorstellung. Der Drops ist noch nicht gelutscht. Schwarz sollte jetzt den Bauer hier einen vorziehen, diesen Springer attackieren, wenn er zurückginge, dann könnte die gemeine Läuferfesselung kommen. Mit, in der Fachsprache nennen wir es, Kompensation für den Bauer. Ja. Also, ich muss sagen, Smash Lunatic, bislang sieht das sehr vernünftig aus. Habt sie uns alle reingelegt? Eine Situation am Anken, wo sie den Bauern nicht verteidigt hat, das würde mir nie passieren. Aber ansonsten ... Den Bauern hat sie behalten. Und jetzt sich Malunas Bauern geschnappt. Aber wie gesagt, ist noch nicht klar, die Lage. Weiß muss jetzt überlegen. Der Springer hier ist attackiert von dem Bauern. Zieht er sich zurück? Macht man immer ungern irgendwie, ne? Obwohl's ... Wird hier reingeschlagen. Obwohl's vielleicht sinnvoll ist, aber man macht's ... Es ist so ein psychisches Ding. Manchmal muss es sein. Manchmal muss es sein, ja. Die Alternative wäre, diesen Bauern hier hinten zu schlagen. Das wär dann ein Tauschgeschäft. Könnten wir ja das Eiskugel-Business. Das ist alles nicht geschehen, dann springen Sie zurück. Noch mal durchgehen. Aber ... Moment. Ja, für alle, die nicht wissen, was das Eiskugel-Business ist, sei es vielleicht mal ganz gut erklärt. Ich finde, eine sehr schöne Eselsbrücke, die Jan eingeführt hat, um die Wertigkeiten der Figuren zu beschreiben. Jede Figur hat einen gewissen Wert, wenn man so will. Und du sagst, statt Wert einfach Eiskugeln. Ja, das glaub ich nicht von mir. So hab ich's gelernt, als ich jung war. Springer drei Eiskugeln, Läufer drei Eiskugeln, Bauer eine Eiskugel, Turm fünf, Dame zehn, König unbezahlbar. Wenn man den König verliert, hat man verloren. Deshalb hat er keinen spezifischen Wert. Aber mal Luna spielt das hier stark. Die schon erwähnte Fesselung bedeutet, der Springer kann jetzt nicht wegspringen, weil die Dame hier geschlagen würde. Und gleichzeitig plant sie, die weiße Königsfestung hier ein bisschen aufzuweichen, dem sie hier schlägt. Und der weiße Bauer müsste zurückschlagen. Da hat der König statt drei schöner Schutzbauern nur noch zwei und diesen einen verdoppelten. Aber Jan, wieso könnte denn die Dame nicht zurückschlagen? Ja, schwarz ist ja hier zweimal. Ich wollte nur, dass du das auch mal aufzeichnest. Ich weiß, es ist für dich selbstverständlich, aber nicht jeder sieht das sofort. Nee, nee, deshalb bist du ja hier als ... Repräsentant ... Repräsentant ... Erfahrene Stachspieler. So kann man es auch formulieren. Auch da, um mich auf die Pfeile hinzuweisen. So läuft ein F4, entwickelt die nächste Figur. Jetzt Läufer schlägt F3, schwächt sofort. Die Königssteuerung. Ein gemeiner Plan wäre jetzt, der Dame hier dieses Feld anzusteuern. Denn dann würden sowohl die Dame als auch der Springer sich schon in gefährlicher Nähe des weißen Königs befinden. Smash Lunatic, obwohl sie ein Bauernmeer hat, muss jetzt aufpassen, dass hier nicht mal Luna zu schnell ... Sie macht das. Ja, 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 da sieht man die Erfahrung. Lässt sich natürlich ... Wie würdest du es parieren, dass die Dame hinkommt? Oh nein, 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 Dame nach D2. Ähm, warum ist das schlecht? Das ist schon passiert. Warum das schlecht ist, ja, weil wir jetzt natürlich gleich eine Gabel haben. Jetzt kommt eine Gabel. Eigentlich brauchst du mich nicht mehr. Ich hab dir alles erklärt, was ich weiß. Nächste Staffel Zugzwang. Du bist ja nicht wegen Schachkenntnissen hier, sondern eigentlich, weil du ein paar flockige Sprüche bringst. Ach so, ich hab ja Kran schon gesagt. Nix mehr? Humor ist weg, Humor ist weg. Ich bin jetzt hier einfach ... Kran, dann frag doch mal, wie heißt der, den Huschenbärt? Oder wie der heißt. Ähm, ja, apropos Humor weg. Ganz liebe Grüße. Ähm, so. Hier bei Smash Lunatic ist die Dame weg. Aluna eiskalt die Dame geschlagen. Und zack, zurück. Das wird schwer jetzt. Ja, das ist natürlich eine Tschüss-Dame-Situation. Können wir reinhören, was Smash Lunatic da sagt? Was man das machen könnte? Ähm, den würde ich natürlich gerne stehen lassen. Dann könnte ich einen nach vorne, aber dann ist der weg. Und das bringt mir alles nix. Das Pferdchen. Das war richtig dumm. Das war richtig dumm. Weißt du, ist das Pferdchen weg? Nee, das war nicht so dumm, aber es ist schon schwer aufzuholen. Das Pferdchen ist ja verteidigt. Maluna schlägt. Jetzt höre ich hier, sich die Dame dem König nähern. Ist noch nicht unmittelbare Schachmattgefahr. Der Punkt ist ja noch verteidigt von dem Läufer. Aber grundsätzlich, so eine Dame mit zehn Eiskugeln ist halt eine große Angriffsübermacht. Da wird es sehr, sehr schwer, von zurückzukommen. Sonst guckst du Shogun? Nee, noch nicht. Shogun ist super. Ich weiß, sagen alle, irgendwie IMDB 9,2. Also, es wird überall gehypt und so. Ich hab aber angefangen mit Yellowstone. Oh, Kevin Costner? Ja. Ich hab aber auch erst die erste, ist, glaub ich, eine Doppelfolge. Geht auf jeden Fall Spielfilmlänge, hab ich geguckt. Hat mir richtig gut gefallen. Ah, okay. Ich dachte, irgendwie hat das so einen uncoolen Ruf, Yellowstone. Wollt's ja alle gucken. Deshalb dachte ich, nee, ich als junger, hipper Typ, guck mir das nicht an. Aber wenn du's empfiehlst, dann ... Ich fand's richtig gut. Also, ich hab richtig, war so ein bisschen wie Succession in ... Western. Ja, aber im modernen Western-Setting. Aber Kevin Costner schon richtig coole Socke. Aber Shogun hab ich auch schon jetzt sehr oft gehört. Und, ähm, kennst du noch das Original? Also, was heißt Original? Die Serie aus den 80ern mit Richard Chamberlain. Hab ich nicht gesehen, hab ich nicht gesehen. Ich hatte ja nichts damals. Aber die war auch gut. Ich hab die als Kind, ich erinnere mich nicht mehr so wirklich dran, aber die lief immer so als Kind. 1980, da warst du auch noch nicht so alt, ne? Ja, 16, 17, ja. Ähm, ja, nee, aber die hab ich als Kind, lief die immer im Fernsehen. Ich glaub, ARD-Abendprogramm oder so haben wir ... Lief auf jeden Fall immer bei uns, aber ... Ah, bei Smash Lunatic läuft's nicht. Hier, der Läufer fällt. Gut, und jetzt droht Schachmatt auf H2, so nennt sich dieses Feld hier. Also, ich befürchte ein rasches Ende. Was sagt Maluna? Maluna grinst auch da zufrieden vor sich hin. Ja, sie strahlt auf jeden Fall Ruhe aus. Äh, von der Verteilung her, hätt ich jetzt auch mal gesagt. Also, das ist natürlich auch ... Und da ist es auch schon ... It's over. Vorbei. Naja, gut. Stark. Soll ich wieder entmuten? Oder spielen wir direkt die nächste? Ja, gerne jetzt entmuten. Jetzt wollen wir die Partie ... Entmute ich mich? Spielen wir direkt die nächste? Entmute? Natürlich hör ich nix. Oh mein Gott. Hört ihr uns? Hallo? 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 Hi. Ich hatte eine Idee und dann war ich tot. Genau, immer nach der Partie gerne entmuten, weil jetzt gibt's natürlich noch eine kleine Analyse. Trotzdem erst mal Glückwunsch. Das war, auch wenn es sehr souverän jetzt war von Maluna, finde ich, gerade am Anfang war das eigentlich sehr, sehr gut, Smash Manetik. Also, da muss man echt sagen, sah jetzt nicht so aus, als ob du da komplett wö oder so bist. Allerdings ... Oh, ich hab einmal ganz kurz ... Ich hatte einmal ganz kurz vor meinem eigenen Läufer und hab deswegen einen Move gemacht, um mich selber vor meinem eigenen Läufer zu schützen. Du hast ihn verwechselt mit, oder was? Ja, ich dachte kurz, dass mein eigener Läufer mich angreift. Okay, wir gucken mal rein. Vielleicht kann dir Jan ja noch den ein oder anderen Tipp geben. Ja. Geh ich auf Partieanalyse? Partie. Ich weiß gar nicht, ob ihr hier den Stream verfolgen könnt, ob ihr es irgendwo sehen könnt. Ach so, oh ja, ich kann mal auch machen. Es war alles normal, die italienische Eröffnung, beide Seiten ja einstudiert. Hier gab's ein kleines Übersehen, im Zweifelsfall. Diesen Bauern immer gleich schlagen, wenn die Chance besteht und aus weißer Sicht lieber den einmal verteidigen noch vor der Rochade. Aber Kleinigkeiten wurde nicht bestraft. Da haben wir ja eine symmetrische Stellung hier. Und Maluna hat sehr aggressiv gespielt. Hast du das einstudiert hier mit Springer in die Mitte? War das eine Falle oder war es ein Übersehen? Ich war nicht ganz sicher. Ich hab's ehrlich gesagt Übersehen. Ich hab danach auch gemerkt, oh, mein Bauer hängt. Aber ja, also die Idee war, dass sie halt mit dem Springer nimmt, dann nehm ich, also dass sie meinen Springer nimmt, dachte ich. Und dann nehm ich mit den Bauern und bedrohe den zweiten Springer sozusagen. Ja, das war eine gute Idee. Hab ich dich ausgetrickst, indem ich nicht drauf reingefallen bin, ne? Na, ich hab mich selber ausgetrickst. Aber ja, du hast mich ausgetrickst, das stimmt. Stark, das reicht schon für heute. Ich hab schon alles erreicht. Auf jeden Fall. Ne, hier gut reagiert von Weiß mit Springer schlicht E5. Den Bauern geschlagen, erst mal Bauern mehr. Aber jetzt hat Maluna gut gekontert, obwohl sie den Bauern verloren hat, hier Druck gemacht mit dieser berühmten Fesselung. Und damit ist immer nicht so leicht, umzugehen. Wahrscheinlich wär's am besten gewesen, gleich zu versuchen, diesen nervigen Springer hier zu beseitigen. Läufer raus, um den Springer möglichst schnell wegzuschlagen. Es kam, ich glaube, der Läufer nach F4, so ist das Feld. Aber da macht er nicht so viel. Und jetzt war's schon gefährlich, weil hier die Dame droht, sich dem weißen König anzunähern. Und wenn die Königstellung, also wenn man einen Bauern hier zur Seite schlagen muss, Königstellung zu geöffnen ist, ist schon immer relativ schwierig zu spielen. Also ich glaube, Weiß steht hier noch ganz gut. Hier wär's wahrscheinlich am besten gewesen, den König ein vor, zu verhindern, dass die Dame da in die Nähe kommt. Ah, okay. Das war dann hier der verhängnisvolle Fehler. Dame nach D2 erlaubt die berühmte Springergabel, wo gleichzeitig der König und die Dame angegriffen werden. Das hab ich dann auch gemerkt, ja. Also bis dahin starke Partie von beiden Seiten. Aber so ist auf Zugzwangniveau ein Fehler kann da schon. Wie hätte man sich da vielleicht noch ein bisschen besser am Anfang verteidigen können, dass man da nicht sofort so eine Lücke da in die Königsabwehr reißt? Das war schwer zu machen. Das war der Preis, der zu zahlen war sozusagen für das Schlagen dieses Bauerns. Also, das war ich auch gar nicht sicher. Der Computer sagt hier zum Beispiel, gar nicht den Bauern zu schlagen, wo's verlockend ist, sondern selber leicht diese Fesselung zu machen und die Figuren rauszubringen. Aber das ist eine komplizierte Entscheidung. Also ich hätt den Bauern wahrscheinlich auch geschlagen. Und dann hier eben, was ich gesagt hatte, versucht, den Springer schnell loszuwerden und mit dem König die Lücke noch zu decken. Aber das waren alles von beiden Seiten gute Entscheidungen. Der Schlüsselmoment war dann halt hier, Dame nach D2 und wenn der Dame weg ist, schwer und dann, ähm, ja, war, glaub ich, auch so ein bisschen der Mut weg hier. Er hätt's noch weitergehen können mit dem Springer rausschlagen, mit dem Läufer zurück und Maluna hätte noch arbeiten müssen. Aber so wie's dann kam, gab's keine wirkliche Chance mehr. Also hier den Läufer noch hergeben, hat's auch schwarz leichter gemacht, hat aber so eine Dame weniger, ist eh, ist eh immer schwer zu kriegen. Okay, also 1-0 Führung für Maluna. Aber Franzi, es ist noch nichts verloren. Du kannst? Nö. Du kannst jetzt noch gewinnen. Und dann ist ... Ich komm jetzt über das Late Game auf jeden Fall. Tschüss, Dame-Situation geht immer. Bei jedem. Vertraue mir. Wie viele Menschen ich beleidigt habe seit gestern, ich bin nicht stolz drauf, wirklich. Ja, das ist der Unterschied. Ich beleidige die immer mit Stolz auch in einer gewissen Weise. Du schreibst aber mal, ich hatte nette Sachen, ne? Nee, nee, im Chat schreib ich nix. Da schreib ich nix rein. Nee, Eddie ist doch hier. Alle drei Tage wirst du doch gebannt, oder? Nee, ich würd einmal ... Okay, ich übertreib, ich übertreib. Ich hab einmal einen Account eventuell verloren. Wirklich? Aber das war auch eine Person, die sich aufreizend viel Zeit gelassen hat, obwohl sie schon die Partie verloren hatte. Da kann man ja ruhig mal was ... Da muss man auch mal ein paar Worte finden. Da kann man ja ruhig mal auch die gesamte Familie der Person beleidigen. Kannst nix machen. Ähm, gut, dann machen wir weiter jetzt mit der zweiten Partie. Jetzt Maluna in weiß und Franzi in schwarz. Match zwei. Viel Erfolg. Viel Erfolg dir. Können wir einfach Revanche anklicken? Ja, ne? Das müsste klappen, ja. Mach mal. Okay. Dann ... You got this. Viel Erfolg. Tschüss. Tschüss. Das stimmt, ich wurde mal bei Gronkh gebannt, aber das war ein Scherz, den die Moderatoren natürlich nicht als solches direkt ... Also, ich bin eventuell ... Ach, bei Gronkh im Stream oder was? Da wollte ich gar nicht hinaus. Ich dachte, bei irgendeiner Schachseite wärst du mal gebannt. Nee, ich war bei Gronkh. Ja. Ich war bei Gronkh im Stream und hab da in Chat eventuell geschrieben, hey Leute, ich stream jetzt auch, kommt doch rüber. Ah, okay. Und da wurde ich aber relativ schnell gebannt. Komisch. Ja. Das ist doch ganz normal. Ich verstehe jetzt häufiger, dass deine Scherze irgendwie missverstanden werden und es dann da viel Feedback gibt, oder? Das passiert mir irgendwie nur online. So, hier auch online. Jetzt Smash Lunatic mit Schwarz spielt. Bauer nach F6, davon rase ich immer ab. Zum einen kann der Springer nicht mehr auf dieses schöne Feld. Zum anderen ist es jetzt schwer, die Kursse auch gerade durchzuführen, weil der König hier nicht mehr entkannter Läufer dominiert schon diese Diagonale. Hier, kleiner Trick für deine nächste Partie. Kannst du hier wegnehmen. Schlägt. Bauer schlägt zurück. Dann Dame Schach. Bauer geht dazwischen. Dame Schach. Doppelangriff auf König im Turm. Das Problem ist, dass Menschen, gegen die ich spiele, die haben wahrscheinlich alle schon mal davon gehört, dass man auf keinen Fall den F-Bauern am Anfang bewegt. Oh, der feine Hör bei mir. F-Bauern, das ist einfach ... Das hab ich mir so angemeldet, dass ich mir manchmal in der gesamten Partie den nicht anrühre. Egal, was ist. Du hast mir das so eingezimmert, dass ... Der Schachdrainer kleben den fest damit. Genau, so fühlt es sich an. Oder Stromschock. Bzzz. Ich fass den einfach nicht mehr an. Ja. Aber auch hier wieder italienische Eröffnung. Nein, also ja, von weiß, von schwarz her eher hier. Ja. Unregelmäßig nennt man das dann. Kein Aufbau, der von den Schachtheoretikern so viel studiert wird, weil dieses F6 eben sehr schwächt. Aber trotzdem, jetzt werden die Figuren entwickelt. Jetzt geht's los. Aber der Vorteil ist vielleicht dadurch, dass da dann ein Muster entsteht, dass vielleicht Maluna so noch nicht so oft gespielt hat. Maluna ist ja große Studiosis auch. Also wenn die das nicht auswendig gelernt hat hier, ohne Eröffnungstricks, ist sie, glaub ich, aufgeschmissen. Sagen wir's, wie es ist. Ja, schauen wir mal. Also. Steve Balken, der weiße Balken da links. Man kann das erkennen. Er ist ein bisschen schon ... Ja, F6 mag er nicht so. Ist okay, wenn ich so Schachwording benutze, F6. Oder soll ich's lieber sagen, hier den Bauern neben dem König nicht einen vorziehen? Aber mir würde das helfen. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht für alle sprechen. Ich frage den Chat. Chat, hier habt ihr die Felder drauf? D6? Ich, das kann man bei Leaches ... Es gibt Schachshows, da wird es einem verboten, dass man die Koordinaten ansagt, weil die Leute ja nicht folgen können. Ah, hier, wir sind ja Pro-Seichen. Das ist meine größte Schwäche. Wirklich, Realtalk, meine größte Schwäche. Es gibt ja bei Leaches, kann man diesen Koordinatentest machen. Ja. Und das ist absolute Katastrophe. Kein, kein. Kann das ... B4. Nee. F7. H5. B8. H5. Okay, ich kann nur schwarze Felder. Ähm ... Ich weiß nicht, was das genau ist, woran das liegt, aber es ist ... Aber ich hab auch immer noch Schwierigkeiten mit dem Alphabet manchmal. Bin mir immer nicht sicher. Kommt das Q vor oder nach dem P? O-P-Q-R-S-T. O-P oder O-Q-P. Nee, O-P-Q-R-S-T. O-Q-P? Nee, O-P-Q. Ich bin hause. Ähm ... Bonner A6. Hm. Also Q ist OP. Das Q ist absolut OP. Das Schwere für Smash-Lunatic ... Warum sagen alle Leute Smash-Lunatic? Es wird Lunatic ausgespielt. Lunatic, ja. Aber sagen alle Smash-Lunatic. Ich glaube, sie bezeichnen sich sogar selber jetzt, verzweifelt schon, als Smash-Lunatic. Lunatic. Weil das hat einen schöneren ... Das hat einen anderen Rhythmus, ne? Ja, Sprachklang. Smash-Lunatic ist irgendwie ... Smash-Lunatic. Hm. Äh. Das klingt relativ aggressiv, oder? Was heißt Smash-Lunatic? Schlagverrückte oder so heißt das, ne? Smash-Lunatic? Lunatic sind ... Aber Smash könnte ... Ist nicht Smash auch umgangssprachlich für Droge? Ein Smash ... Smash ist noch für was anderes umgangssprachlich. Wir fragen sie gleich mal. Äh. V-B5 greift hier, oder befragt, wie du immer so schön sagst, befragt hier den Läufer. Befragt den Läufer, befragt den Läufer. Der Läufer sagt, antworte. Der Läufer sagt, okay, geh ich weg. Und geht hier auch auf ein sehr schönes Feld. Ich seh ja schon hier C6 mit einem Auge. Jetzt würde ja in meinem Kopf sein, okay, wie krieg ich denn den Springer auf E7? Wie krieg ich den da weg, damit ich das Feld mir snacken kann? Also in deinem Kopf wär ... Ach so, du willst den Springer ablenken, sozusagen. Ja, ablenken irgendwie, was könnte man da machen? Hast du nicht. Aber hinter dir, ein dreiköpfiger Affen. Ja, ich seh noch nix. Ah, jetzt hat sich ... Aber B7 verteidigt den Springer noch mal hier, falls der Kollege sich ablenken lässt. Also bisher, nach dem Fehler im zweiten Zug, gute Züge von Smash Lunatic. Ach, Smash von Smash Bros. Hat sie früher viel Smash Bros gespielt? Aluna smasht im Zentrum hier. Ah, zum Beispiel Bros. Ich hab zum Beispiel früher immer Super Mario Bros gesagt. Bros, nicht Bros. Ja, ich hab auch gesagt, Super Mario Bros. Und es gibt ja auch diese Band ... Broses. Nee, nicht ... Nee, Bros. Ach so, nur Bros. Kennst du den noch? Bros kenn ich auch noch. Aber da sagt man ja auch ... Eigentlich müssten wir ja auch Bros. Stimmt, damals hatte ich auch die heißen Bros. gleich. 400 D4. Bros Hoss. Bros Anthony. Das wird immer besser. Das ist der Mann bei Broses. War Giovanni Zarella auch bei Broses? Ja, klar. You know, man, I feel like ... Und der Typ, She-Ham, hat einen Kaffee-Laden im Grindelviertel hier in Hamburg. Der She-Ham? Der She-Ham von Broses hat unten, da geht's so runter. Ich hab die Straße vergessen. Da hab ich früher gewohnt, direkt um die Ecke. Hat er so einen kleinen Kaffee-Genießer-Laden. Ist ein bisschen komisch, weil es geht unten, der ist quasi unterhalb. Was für einen Kaffee ... Ist so hipstermäßig, dass ich mein Flat White nur mit Hafermilch kriegst? Kriegst du. Und den sieht man da, der hängt da immer rum und ist da Barista jetzt. Ich wär am Start, Grindelviertel. Lass uns mal da hingehen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt, wo ich das weiß. 400 D4. Maluna, macht Druck, aber ... Hier, Franzi ist die Beste. Versucht, den Läufer zu vieren kettieren. 400 G6, den Läufer nach G7 zu spielen. 5 Euro, dass du nicht weißt, wie man 4 kettieren schreibt. Gibt 5 Euro. F-I-A-N-C-H-A-E-T-T-I-E-R-E-N. Moment, sag noch mal, was? Meinst du, wie viele Schachbücher ich gelesen hab in meinem Leben? Warum soll ich nicht wissen, wie man 4 kettieren schreibt? Das ist eine dumme Wette. Das ist eine dumme Wette. Das hast du wahrscheinlich schon mal gelesen. So, die Stellung hat sich ein bisschen vereinfacht hier. Aber Schwarz steht okay. Der gefährliche Läufer, der hier die Rochade verhindert hat, ist weg oder abgetauscht. Und jetzt kann sie hier zurückschlagen. Dann den Läufer 4 kettieren. Dann kurz hochieren. Und es wäre alles in bester Ordnung. Ich hol mir die 5 Euro noch wieder im Laufe des Turniers. Ich hab draußen gerade 15 verloren. Also du kannst mich von meinem eigenen Geld hier aus den Taschenfeldbeinen laufen. Du musst mir auch noch eine Wette anbieten. Dass ich eine Chance hab, die 5 Euro zurückzugewinnen. 5 Euro haben oder nicht haben. Die muss ich doch jetzt nicht wieder aufs Spiel setzen. Ja, weil das einfach gute Freunde machen. Man nimmt sich nicht gegenseitig die Kohle weg. So, hier. Der Springer ist gefesselt. Chat, entzeugen. 5 Euro, dass Jan nicht weiß, wie 3 Bosse aus Elden Ring heißen. Das ist korrekt. Ja, so läuft das Spiel nicht. Ähm, so, der Springer ist gefesselt. Aber ist nicht schlimm. Ich würd trotzdem mit dem Läufer hier hingehen. Dieses Feld kontrolliert ja auch noch der ... Oh nein! Oh nein! Tschüss, Läufer! Der Bauer ist wieder meine Schuld. Weil ich letztes Mal gesagt hab, den Bauern schlagen. Nur den Bauern schlagen, weil er nicht verteidigt ist. Ah. Und man sieht's am Balken, dass das hier ein kleiner Vorentscheid scheinbar war. Hm. Äh, jetzt wird's schwer. Ja. Springerkatz hier. Schach geben. Haben wir den Balken eigentlich schon erklärt? Ja, nicht so richtig. Je mehr weiß man sieht, desto besser steht weiß. Je mehr schwarz man sieht, desto besser steht schwarz. Ja. Räufer nach 6, ein Fehler von Maluna. Also sie bleibt am Drücker. Aber besser wäre es gewesen, mit dem Springer hier das Schach zu geben. Dann sich der anderen Bauern noch zu schnappen. Nach laufender F6 kann Franzi hier den Springer schlagen und sich dann hier durchfressen. Und es ist wieder nicht alles drin, aber viel drin. Die Frage ist, macht sie, sieht sie das? Oder sieht sie das nicht? Tut er es nicht? Nee. Nee. Stattdessen im... Bauer ist jetzt hier echt nicht Priorität hier. Das wurde der B-Bauer hier. Der Turm war angegriffen, der Springer. Können wir nicht hier den Bauern ziehen? Maluna. Eiskalt. Schlägt den Turm weg. Jetzt wird's schwer. Plus 7 Eiskugel-Count. Uh. Stimmt, glaube ich. Hast du das selber nachgerechnet, oder wäre es hier einmal angezeigt? Das wäre angezeigt, ne? Ich wundere mich schon. Habe ich aber ausgerechnet. Steht da. Hä, ja, ja? Habe ich ausgerechnet. Ich hab das gar nicht gesehen, dass das war schön. Siehst du hier nach König... Ah, okay. Kam nicht so. König nach F7, während er eingegangen wäre. Zack. Er ist schon Schachmatt gewesen. Aber der König geht in die Mitte. Was ist für dich ein schönes Schachmatt? Gibt es schöne und nicht so schöne Schachmatt oder ist dir das egal? Ich hab kein Gefühl für die Ästhetik im Schach. Für mich geht's um kalte, kalte Punkte. Wie das entsteht. Mir ist völlig wurscht. Okay. Ist auch ein Problem von mir tatsächlich, dass ich nicht diese Liebe hab zur Ästhetik im Schach. Also. Ohne rumzutrollen. Die meisten richtig guten Schachspieler können Schönheit im Schach genießen. Also man kann stylisch Schach spielen. Ja, oder wenn sie eine besonders tiefe Kombination sehen, dann freut das ihr schöpferisches Herz. Ich denke, hat er jetzt gewonnen? Aber Maluna sollte den Punkt hier holen. Schmeiß schlicht E5. Würde Schachmatt drohen. Ich weiß nicht, ob ein schönes Schachmatt, aber Schachmatt drohen. Schlägt den Bauern. Auch nicht schlecht. Der König muss weiter in der Mitte rumtorkeln. Ich könnte jetzt zum Beispiel und jetzt kannst du eigentlich was ziehen auf dem Brett? Mir wurde gesagt, du hast so Hightech, dass du auch die Pfeile machen kannst. Wie mach ich ein Pfeil? Rechte Maustaste. Ich hab hier keine rechte Maustaste. Aber das wollte ich anzeigen. Das war gar nicht der beste Zug, ne? Naja. Es bleibt am Drücker. Jetzt ist die Entscheidung. Versucht sie hier gleich Mats zu setzen mit den Damen auf dem Brett. Oder macht sie die Gustavsonsche? Aber wie machst du? Hä? Das bin ich. Sorry. So, und jetzt ich will nur mal versuchen und Hä? Wie mach ich denn einen Pfeil? Rechte Maustaste. Ah ja, da tut sie doch schon was. Ich zeig's dir einmal. Du hast ja auch eine Maus. Ich hab ja nur eine Mauspad. Da krieg ich ja nichts für. Ne, aber das ist ja nicht so einfach. Was ist da los bei Rocket Beans? Früher gab's hier zwei Mäuse. Es gab Ja, die arbeitet nicht mehr hier. Ich wusste nicht, ob da was kommt. Come on! Es ist doch beruhigt. Ich weiß, Fabian Krane jetzt in der Regie schon wieder Oh nein, jetzt kriegt er wieder Es ist doch nur ein Joke. Nein, wir haben aber tatsächlich Wir haben Ich hab hier selber einen Kampf geführt, weil wir hatten jahrelang jahrelang Rechtshändermäuse überall. Was? Und was bin ich? Du bist Linkshänder. Ich bin Linkshänder. Und es ist ja nicht so, es gibt ja neutrale Mäuse. Man kann ja einfach neutrale Mäuse kaufen, wo sich niemand beschwert, oder man kauft einfach Rechtshändermäuse, womit man einfach ganz klar sagt und ausgrenzt, mir egal, wie du den Computer bedienst. Netflix hat extra ja den Lefties Shop aufgemacht für solche Zwecke. Nix. Netflix ist auch Linkshänder? Naja. So, Daumen ab B6. Deshalb gucken die Leute Zugzwang. Simpsons Referenzen aus den 80ern. Ja, nie viel Simpsons. Ich hab keine ... Nee, meint man auch. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Simpsons tatsächlich. So, die Dame ist weg und das Matt ist nah. Jetzt können sie auch noch den Turm schlagen. Maluna geht hier auf Beraubungssieg. Sie versucht erst mal alles wegzunehmen. Das find ich vollkommen in Ordnung. Mach ich auch gerne. Aber ich neige dazu, fast gewonnene Partien gerne mit Stalemate zu beenden. Kannst du erklären für die nicht englisch mächtigen Zuschauer, was ist ein Stalemate? Ja, ein Unentschieden. Also, wenn man, wenn der König sich, wenn man den König nicht Schach setzt, er sich aber nicht mehr auf ein Feld begeben kann, bei dem er sich einem Schach aussetzen würde, dann ist es Stalemate. Ich hab's schlecht erklärt. Also, wenn nur noch der König sich bewegen kann auf ein Feld, was ihm einem Schach aussetzen würde, dann ist es Stalemate. Kann man das so sagen? Ich versuch den Satz in meinem Kopf auseinanderzunehmen. Dann sag du's mal, wie man's richtig formuliert. Wenn eine Seite keinen legalen Zug mehr hat, aber nicht im Schach steht, dann ist es ein sogenanntes Putt und die Partie endet unentschieden. Englisch Stalemate. Aber du hast es eigentlich. Wenn der König nicht im Schach steht und nicht mehr ziehen kann ... Es ist tatsächlich unter Anfängern tatsächlich passiert es häufiger. Es ärgert mich deshalb, aber deshalb ärgert's mich immer, wenn Leute, auch wenn du schon zehn Figuren oder zehn ... Ich sag immer, hier alles weiterspielen. Das kann nämlich immer wieder passieren. Es kann immer noch Putt werden, weil man dann manchmal übersieht, dass der König rennt dann weg und so weiter und plötzlich versucht man, ihm irgendeine Falle zu stellen und merkt, oh. Deshalb muss man aufpassen. Hier zum Beispiel, wenn jetzt die Bauern alle weg wären, was sie nicht sind, die Bauern können noch ziehen, weil der König kann nicht mehr ziehen, wenn wir uns die Bauern kurz wegdenken, dann wäre es unentschieden. Fängt verrückt. Ist aber so. Aber sie hat eigentlich genug Zeit, mit acht Minuten auf der Uhr. Hier reicht ja auch ein Unterschied zum Weiterkommen. Das stimmt. Ein gutes Pferd springt ja nur so hoch, wie es muss. Ich würd hier einfach aufs Padbill gehen. Das wär mit Style. Ja. Ich würde so machen, Turm nach D3, müsste einer der Bauern ziehen. Nee, Turm A3 Schach, wär geschlagen werden. Dann B3 Schach mattieren. Maluna hat einen ähnlichen Plan. A3. Und wenn der weggenommen würde ... Aber warum nicht B6? C6? Mit Dame? C6 wär auch matt. Nicht so style. Aber matt. Ich dachte, wir müssen einen Style-Punkt holen. Aber ... Du wolltest jetzt ein stylisches matt. Ja. Aber es ist ja auch stylisch, ein matt zu machen, so schnell wie möglich. B3, B3. Oder Turm D4? Viele mattes. Es gibt sehr viele mattesituationen. Du könntest auch ... Da ist das matt. Das ist matt. Okay. Event A. Ein verpassen. Ein verpassen. Ein verpassen. Okay. Boah, mein Kopf, ne? Also wirklich, mein Kopf raucht einfach. Herzen Schmaluna zieht ins Halbfinale ein. 2 zu 0. Die Favoritin wird vielleicht dann doch diesem Titel gerecht und setzt sich hier doch recht souverän dann auch durch. Aber es gab immer wieder auch in dieser Partie Situationen, wo du gesagt hast, da ist doch nicht alles Gold, was glänzt. Nee, es war aus der Eröffnung, harter Kampf. Ich fand sogar die schwarze Stang zwischendurch ein bisschen besser. Aber dann setzte sich doch die größere Erfahrung durch bei Maluna. Franzi, ich auch. Also hier ganz am Anfang, das kritisiere ich immer, diesen Bauern neben dem König möglichst nicht anfassen. Das schwächt den eigenen König immer. Und hier gibt's einen kleinen Trick. Maluna hier für die nächste Road to 1000. Muss man nicht machen, aber man kann jetzt diesen Bauern schlagen. Klingt verrückt. Der Bauer schlägt zurück und dann hier mal der Dame raus mit dem König Schach. Der Bauer zieht dazwischen und die Dame schlägt hier und wir gewinnen den Turm. Ist nur ein kleiner Random-Trick, muss sich keiner merken. Aber wenn ihr Bauern nach F6 bestrafen wollt, hat er den Nachteil, dass der Springer da nicht mehr so leicht raus kann und der König nicht so gut rochieren kann. Deshalb im Zweifelsfall den F-Bauer und so heißt er gar nicht anfassen. Aber danach hat Franzi hier die Figuren gut entwickelt und bei Maluna hat mir nicht so gefallen, hier diesen schönen Läufer abzutauschen gegen den Springer. Der Läufer ist ziemlich mächtig und verändert ja auch, dass der König hier weglaufen kann. Ich hätte ihn behalten können und hier angestellt. Irgendwann. Ich habe mich auch selber sehr angemeckert. Ich hatte ganz skurrile Ideen da gehabt, aber ja. Was hattest du vor? Also, pass auf, ich hatte gedacht, sie tradet, also sie nimmt jetzt, dann nehme ich, nee, warte mal, die Idee war komplett, nee, ja, dann nimmt sie, dann nehme ich den Bauern, wie ich es ja auch getan habe, dann dachte ich, nimmt sie vielleicht mit dem anderen Bauern und dann trade ich die Dame und sie muss mit dem König die Dame nehmen, sodass sie nicht ruchieren kann. Also, ich kann auch mal mit dem Tobe. Muss ja gar nicht. Ja, vergiss es, weißt du was, ich hätte die Geschichte gar nicht erzählen sollen. Aber genauso wie du es gerade erklärst, habe ich mich das ganze Match gefüllt. Aber wenn sie jetzt das macht und dann mache ich das, komm, deswegen machen wir jetzt das und dann hast du irgendeinen Move gemacht, die ist so gar nicht auf dem Schirm hatte die ganze Zeit. Das war crazy. Wie war es bis hier alles gut und jetzt kam das Übersehen, dass der Bauer diesmal hier verteidigt ist von dem Springer und das hat den Läufer gekostet und auch noch hier Malunas Figuren in Angriffsposition gebracht. Danach war es war es dann schwierig. Sonst bis hier völlig normale Partie. Also jetzt den Läufer rausziehen, die kurze Rachade und Schwarzschiff weg. Aber das war vielleicht noch nicht der entscheidende Fehler, aber Dana ist schon schwer. Die Figur weg. Nach D5. Läufer hier war nicht schlecht. Ich hätte wahrscheinlich mit dem Springer das Schach gegeben, um den König gleich rauszujagen. Und jetzt warum Bauer nach B4? Das haben wir nicht verstanden. Das haben wir nicht verstanden. Zumal du einfach den Springer da wegschlagen kannst. Wer ich? Ja, wir wollen Entschuldigung für Bauer nach B4. Ähm, lass Franzi in Ruhe. Wirklich? Ich weiß nicht, weiß ich jetzt nicht mehr, keine Ahnung. Der Fokus müsste weg. Also hier den Springer noch schlagen oder den Turm wegziehen, eins von beiden. Irgendwas, aus irgendeinem Grund habe ich diesen, wollte ich, ich glaube aus irgendeinem Grund, weil ich, ich weiß es nicht mehr, ich weiß es gerade nicht mehr, irgendwas, ich habe mir bestimmt irgendwas richtig Kluges dabei gedacht. Also es war dann doch nicht so klug, aber ja. Auch von meiner Seite war es glaube ich, also ich dachte mir irgendwie, vielleicht geht sie für den Springer, dann gehe ich für den Turm, aber dann hätte sie ja wieder für den Springer gehen können und dann wäre das Ganze halt. Oh genau, stopp, stopp, ich weiß wieder warum. Halt, stopp, ich weiß, warum ich den Springer nicht geschlagen habe, weil meine Dame dann offen gewesen wäre. Das stimmt, aber das ist nicht so schlimm, das ist ja nur ein Trait. Theoretisch ist es nicht so schlimm, weil es ein Trait gewesen wäre. Ja, da habe ich nicht drüber nachgedacht in dem Moment. Aber in meinem Kopf war die ganze Zeit, nein, da darf ich wieder offen sein, weil das ist mir leider immer oft passiert, dass die Dame offen stand und dann genommen wurde. Das gibt es tatsächlich relativ häufig. Aber jetzt weiß ich wieder, was da los war, ja. Beim jungen Etienne Gardet, diese Angst vor dem Darmtausch, die Dame nicht offen zu lassen, um sie abzutauschen. Ich habe es vorhin nicht gesagt, aber ich habe es mir ehrlich gesagt schon gedacht, dass das vielleicht ein Grund sein könnte, dass sie gesehen hat, dass dann ihre Dame da irgendwie frei ist und am Anfang will man, man will irgendwie am Anfang die Dame nicht verlieren. Das stinkt, die Dame nicht herzugeben. Man denkt immer so, das ist meine große Beschützerin, die passt auf mich auf, die will ich nicht verlieren. Was ich schmerzhaft gelernt habe, ist, wenn man die Dame abtauscht, kann man sie auch nicht blandern. Das ist auf jeden Fall immer gut. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sogar gerne die Dame abtausche, weil ich dann weniger Stress im Prinzip habe auf dem Feld. Während eine Dame beim Gegner kann immer Stress bedeuten für mich. Und ich bin eigentlich froh, lassen wir beide die Damen weg und gucken mal. Ja, du bist so ein Spielzeug. Aber da muss man ein gutes Endspiel haben, glaube ich auch. Ja, klar, das muss man dann haben. Mir wurde immer beigebracht, man soll nie daran denken, was vom Brett verschwindet, sondern nur, was übrig bleibt. Also, wenn jetzt hier beide Damen verschwinden und ich habe das Pferd weggenommen, das ist ja ein guter Trade für dich, egal ob jetzt mit Damen oder ohne Damen. Aber okay, dann sei B4, der Bauernzug hier verziehen. Adana war schwer, aber jetzt wäre der Turm auch noch weggenommen und dann ist zu viel Kram weg. Und Maluna jetzt auch gnadenlos alles weggenommen, was es zu schlagen gab. Hier. Die Dame dazwischen hat nicht geholfen, aber die Stellung war eh schon sehr schwer, natürlich. Hast du hier übersehen, dass sie die Dame rausschlagen kann oder war es aus Verzweiflung wegen keiner anderen Möglichkeiten? Ich glaube, es war übersehen. Ich schaffe wieder gemeine Fragen. Der Bauer dazwischen wäre noch zäher gewesen, hätte wahrscheinlich auch nicht gerettet, weil Weiß zu viele Einheiten hatte oder behält sie wenigstens immerhin noch. Die Dame hier, der Bauer ist verteidigt von dem Läufer zu einem Köln auch kurz retten können. Und jetzt war zu viel weg. Maluna, hast du hier ein bisschen Angst, dass es noch das Pad-Bild gibt, das berühmte? Oder hast du das schon eingeplant gehabt? Nee, ich hab ehrlich gesagt, oh, daran hätte ich mal, oh mein Gott, stimmt. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich übersehe die ganze Zeit irgendwelche Mats und mach das hier alles gerade so unangenehm, sage ich mal. Ich war die ganze Zeit so, ich übersehe hier irgendwas bestimmt. Irgendwas mach ich hier gerade. Ja, habt ja auch einen verpassten, glaube ich, gehabt jetzt, einen verpassten Zug gehabt. Ja, Eddie hat hier zu Recht darauf hingewiesen, dass Dame C6 gleich Schachmatt gewesen wäre. Aber es geht ja nicht darum, wie schnell man gewinnt, sondern dass man gewinnt. Aber wenn wir uns hier alle schwarzen Bauern wegdenken würden, dann wäre es zum Beispiel Pad gewesen. Also ich dachte, vielleicht gibt es noch eine Hoffnung, wenn Franzi schafft, alle Bauern irgendwie herzuschenken. Aber ist natürlich ein bisschen wie bei Julian Nagelsmann, man muss ja nicht alle Mats mitnehmen. Oh, ist das ein Mats-Hummel-Stroke? Wow. 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 Der war cool. Er war tatsächlich. Ich bin beeindruckt. Kennt ihr meinen Witz schon? Was? Nein. Pass auf, den hab ich mal ausgedacht. Was, wie nennt man es, wenn ein Springer einen Springer schlägt? Ein Fairtrade. Weißt du? Fairtrade? Ja. Find ich gut. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Stark. Ja, also wir arbeiten ja, Maluna, du kannst in unseren Club noch eindrehen, wir arbeiten an einem Schach-Joke-Buch, weil wir da großes Potenzial sehen in der Schach-Szene. Ja, das wäre, der Beste. Da kommen wir, den nehmen wir mit. Oh, sehr gerne. Zum Glück ist Nils nicht hier. Der kommt, den nehmen wir auch noch mit. Ja. Ja, gut, dann war's zu Ende, um das mal hier abzuschließen, die Analyse. Ja. Also. Aber war knapp. Starke Vorstellung von beiden. Gerade je länger die Partie ging, hat man gemerkt, dass Maluna halt mehr Erfahrung hat und schneller gesehen hat, welche Figuren sie schlagen kann und welche nicht. Aber die Anfänge in beiden Partien waren stark von Franzi. Das war schon sehr gut. Also nächstes Mal bin ich, äh, besser. Wir wissen alle, Schach ist das tollste Spiel der Welt. Also ich erwarte, dass da jetzt kein hier PUBG oder irgendein Quatsch mehr kommt, sondern nur noch Schach gestreamt wird. Okay. Ja, Deal. Als Rache kannst du ja gegen ... Ich bin schon alles nicht installiert auch. Lass mich ein, ich spiel sehr gerne. Als Rache mal gegen Maluna Counter-Strike spielen. Ah, Last of the World War. Du bringst mir Schach bei, ich bring dir PUBG bei, okay? Oh ja, sehr gerne. Ich würde mich geehrt fühlen. Okay, machen wir das. Alles klar. Dann euch beiden schon mal vielen Dank, Maluna. Dich sehen wir ja wieder im Halbfinale. Wir schauen auch noch mal jetzt hier auf den Tree, auf den Turnierbaum. Ist das der Variantenbaum? Das ist der ... Der Variantenbaum. Ich hab übrigens gelesen, den F-Bowern zu bewegen, das wird auch genannt die Müller-Holstein-Eröffnung. Ist das jetzt Loriot oder Müller-Holstein? Nee, weil doch im ZDF-Sportstudio sollte sie doch eine Eröffnung spielen. Ah, Katrin Müller-Holstein. Ah, stimmt. Er hat erstens F4 gespielt. Ja, ja, ja. Und gefragt, wie ist der? Egal. Vielleicht ein bisschen zu weit. Ausgeholt. Ja, also, da sehen wir's. Maluna, dich sehen wir morgen wieder. Richtig? Morgen? Übermorgen. Am Freitag. Übermorgen, ne? Ja, übermorgen. Sorry. Und dann kannst du jetzt natürlich trotzdem dranbleiben und schauen, wer denn dein Gegner wird fürs Halbfinale. Haselius oder Edo P? Wir sind natürlich neutral, aber ich bin schon gegen Edo P ein bisschen. Mhm. Boah, was? Lange, lange, traurige Geschichte. Die hassen sich. Ich bin für Edo. Uh. Ich bin für den Gewinner. Guter ist Franzi raus. Unparteiisch. Liebe Franzi, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Dankeschön. Und bleib am Ball. Spiel weiter Schach. Schach ist super. Ähm, der Bundestrainer würde das auf jeden Fall unterschreiben. Und wir machen eine ganz kurze Werbung. Und nach der Werbung gibt's dann hier Partie Nummer zwei. Haselnuss gegen Edo P. Okay, bis gleich. Merkt auf und hört die frohe Kunde. Denn dieses Glas, das ist eine Runde Sache. Und darin, man glaubt es kaum, ein golden-gelber Schärfetrauben. Fein abgestimmt mit besten Sachen. Da hat die Zunge echt gut lachen. Die reinste Gönnung für den Rachen. Damit kann man fein Freude machen. Das gelbe Glas ziert Florentin. Und auf dem blauen prangt Kohl ihnen. Der Senf darin, man glaubt es kaum, identisch. Schmeckt, was für ein Traum. Doch eines ist und bleibt wohl so. Wer beide kauft, bleibt doppelt. Oh, was für ein Traum. Zugzwang Staffel 7, Großmeister Jan Gustafsson. Wir haben eine tolle Partie gesehen, um hier diese siebte Saison zu eröffnen. Aber jetzt wird es wirklich spannend. Einer deiner Erzfeinde spielt, Edo P., gegen, ich möchte fast sagen, eine Schülerin von mir. Ist das so? Hast du Haselnuss alles beigebracht, was du weißt? Alles, was ich weiß, alle beiden Tipps, kein F-Bauern. Und irgendwann rochieren. Das waren die zwei Sachen, die ich ihr mitgegeben hab auf den Weg. Und ich hoffe, es trägt Früchte. Wir sind gespannt auf die nächste Partie und schauen mal, wer das denn ist. Hier sind sie, Haselnuss und Edo P. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Hallo Jan. Hallo Edo P., schön, dich zu sehen. Drück dir die Daumen. Unangenehm, unangenehm. Wirklich ein bisschen, man spürt richtig den Hass hier. Ja, finde ich auch. Kann ich das hier noch beenden? Also, ich weiß nicht. So eine Spannung irgendwie. Ja, also ich sag mal so, du hast ja auch mit Jan noch mal trainiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dir wirklich ein paar richtig fiese Tricks gezeigt hat. Einfach nur, um Edo P. zu deklassieren. Also, wir haben Schach eigentlich durchgespielt. Ich denke nicht, dass es da irgendeine Chance geben wird für Edo P. Aber ist natürlich auch ein Vorteil, er kann jetzt befreit aufspielen. Er hat wie immer nicht trainiert, weil er musste hier Rimworld wieder irgendwas machen. Das heißt, ich seh eigentlich keinerlei Chance. Kein No Pressure. Aber jetzt mal hier Spaß beiseite. Erstmal, liebe Hasel, wie sieht's denn aus? Wir haben ja vor ein paar Tagen gespielt. Und seitdem hab ich natürlich dann auch noch mal speziell ein Auge draufgehofft. Du hast ja dann auch noch bis in die tiefe Nacht, ich glaub gestern auch noch, gestern auch noch, ja, gespielt. Wie ist denn momentan das schachliche Befinden? Ähm, also ich würd immer noch sagen, super Noob-Niveau tatsächlich. Aber ich mach, das ist so crazy, ne? Also, ich hab grad schon zu Edo gesagt, ich hab Schach gespielt, auch schon vorher privat. Aber seitdem ich bei diesem Turnier, seitdem ich weiß, dass ich hier teilnehme, bin ich ja auch aktiv am Üben und guck mir gewisse Dinge an. Und seitdem weiß ich, ich hab noch nie in meinem Leben wirklich Schach gespielt. So, und, ähm, ja, man macht halt so von Tag zu Tag wirklich enorme Sprünge. Aber, ähm, es hat zeitlich jetzt nicht gereicht, um auf einem super, super Level zu kommen. Also, ich kann mich ein bisschen verteidigen, würd ich sagen. Komisch, eigentlich nach einer Woche ist man eigentlich bei Schach schon, sollte man eigentlich ... Das ist ja auch das Schöne am Schach. Mir kommt's auch unironisch immer so vor, man lernt halt nie aus, ne? Also, am Anfang kann man mehr neue Sachen lernen, aber es hört leider nie auf. Edu, wie ist deine Schacherfahrung? Hast du eine Partie gespielt seit der letzten Staffel Zugzwang? Seit deinem Sieg? Äh, ja. Ja, 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 ich hab ein bisschen mit Sun gespielt. Wir waren zusammen im Urlaub letztes Jahr. Oh, Schachuhe auch. Also, Schach gespielt. Ich weiß nicht, was Sun gemacht hat. Der hat Figuren bewegt. Ähm, aber das war, wie gesagt, kein richtiges Training. Ich hab die letzten Tage ein bisschen gespielt. Ah? Vielleicht so 20 Matches oder so. Und hoffe einfach, dass das Wissen, Jan, was du mir beim letzten Mal Zugzwang mitgegeben hast, noch irgendwo da oben lauert und ich das abrufen kann. Scheiße, natürlich sehr schnell lebe ich. Also, was vor zwei Jahren galt, heutzutage, das Spiel ändert sich so schnell. Ja, dachte ich mir. Ja, ist eigentlich ein anderes Spiel jetzt. Da muss man mal gucken, inwiefern das dann alles noch anwendbar ist. Aber ich höre da raus, ihr habt auf jeden Fall also beide eine gewisse Schacherfahrung. Inwiefern die jetzt ausreicht, um sich hier fürs zweite Halbfinale zu qualifizieren. Das wird man sehen. Seid ihr denn mit den Regeln soweit vertraut? Sollen wir es noch mal erklären? Best of Three. Einmal schwarz, einmal weiß. Wir haben beide gerade zugeguckt. Okay, zehn Minuten plus zehn Sekunden nach jedem Zug, sollte es unentschieden stehen, gibt es ein Armageddon. Dann losen wir noch mal aus, wer dann weiß und wer dann schwarz ist. Ja, ansonsten würde ich sagen, fangen wir direkt an. Los. Viel Glück, ihr beiden. Bitte mutet uns und euch gegenseitig. Ja. Ja? Und auch nicht in den Stream gucken oder so, weil wir zeichnen da, also mit wir meine ich Jan, manchmal gute Pfeile ein. Und dann viel Erfolg, viel Spaß und bis gleich. So sieht's aus. Viel Erfolg und wir starten rein mit Partie Nummer eins. Ich dachte, es kommt ein Bumper. Nee. Ja, was los? Wir hatten vorhin auch ein Bumper. Bumper ist weg. Ja, dann halt nicht. Mir doch egal. Aber ich seh das Brett nicht. Jetzt kommt es, jetzt kommt es. Da ist es. Hier, da haben wir das Schachbrett. Ah, siehst du? Da ist der Bumper. Da ist der Bumper. Siehst du? Und? Edo P mit den weißen Steinen. Hier, Username Edo P2 gegen Haselnuss. Ich glaube, ich bin nicht alle Training mit Haselnuss. Da hab ich Titel gemacht, Zugzwang, Training mit Haselnuss. Also er hat mir gesagt, drei Us und Doppel S. Ja, natürlich Doppel S ist vorne. Und hab Haselnussuss geschrieben. Das ist falsch. Ja, das war mir sehr unangenehm. Aber ich hatte auch Zugzwang durchgeschrieben. Oh nein, der F-Bauer! Der F-Bauer! Ich hab sogar eben noch gesagt ... Was, sie haben noch zugeguckt eben? Nie den F-Bauer und ziehen. Und ich hab doch eben gesagt, das ist die eine Sache, die ich hier beigebracht hab. Stimmt, das hast du tatsächlich gesagt. Nie den F-Bauer und ziehen und rochieren. Ich hab gesagt, nie den F-Bauer und ziehen und irgendwann rochieren. Ah. Aber Bau nach D5 verschließt wieder diese Läuferdiagonale. Häufig ist ja ... Der Zug des F-Bauerns besonders schlecht, weil der Läufer hier so rein starrt in die schwarze Stellung. Aber jetzt, wo der weiße Bauer da ist ... Springer am Rand, haben wir auch vorhin besprochen. Es sind die goldenen ... Also, es wird hier in den ersten vier Zügen jede Regel schon durchbrochen. Nicht den F-Bauern ziehen und nicht den Springer am Rand. Vielleicht ist da Taktik dahinter, vielleicht ist das Kalkül. Häufig falsch gelehrt. Springer am Rand ist ein freies Land. Nee, Kummer und Schand. Ja. Am Rand steht ein Pferd. Das ist nicht viel wert. Ich bin schockiert. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht ist da wirklich Kalkül dahinter, möglichst viele Anti-Züge zu machen. So nach dem Motto, Minus mal Minus gibt Plus. Aber ich glaube, das funktioniert im Schaf. Beine, Herr Mottefuchs. Bauer nach A3, nicht blöd gespielt von Edo Peer. Er möchte Bauer nach B4 spielen, um das Randpferd hier gleich einzufangen. Klassisches Randpferd. Was ist dein Lieblingspferd? Mein Lieblingspferd? Ich würde sagen Fury. Fury? Okay. Heinz? Ich hab viel Spirit geguckt die Tage mit meiner Tochter, aber nee, hat mich nicht so abgeholt. Ja, wer ist das Pferd von Gandalf Schattenfeld oder so? Oh, das weiß ich nicht. Amadeus ist noch ein gutes Pferd. Secretariat. Das Pferd ist Warhorse. Wie heißt das eigentlich? Das heißt nur Warhorse. Das heißt nur Warhorse. So, und der Springer ist tatsächlich eingefangen worden. Bauer nach B4 und er kann nirgends hin. Hierhin geht's, schnappt der Bauer. Hierhin geht's, kommt der Läufer. Also hat Edo Peer gut gespielt. Atreo ist leider nicht das Pferd bei der unendlichen Geschichte. Das Pferd heißt Atax. Atreo ist der Junge, der auf dem Pferd geritten ist. Muss ich grad korrigieren, weil ich bin großer unendliche Geschichte-Fan. Das kann ich so nicht verstehen lassen. Ja, Jolly Jumper ist auch ein guter Bojack, ja. Wie heißt der Drache? Ist Fuchur? Fuchur, ja. So. Edo Peer. Jetzt mit dem Springer mehr. Dafür hat Aselnuss ein Bauern. Also, nur zwei Eiskugeln im Rückstand. Noch ist alles drin. Aber ist natürlich ein bumpy Start hier. Ja, aber mir gefällt die Struktur nicht. Hast du da links auf der CD-Linie den Doppelbauern, dann hast du den F-Bauern da schon geöffnet. Also, von der Struktur her ist das nicht so stark, was ich da sehe bei Hasel. Jetzt wird hier die Rochade vorbereitet bei Edo Peer. Da sind sie wieder, die goldenen Regeln. Kleiner Onkel, stimmt, von Pippi Langstrumpf, ne? Ja. Ich komm mal durcheinander. Seabiscuit? Seabiscuit gibt's noch. Seabiscuit hab ich gesehen mit Toad McGuire. War ein langweiliger Film, ne? Epona? Weißt du woher? Epona? Zelda. Das ist das Pferd von Link. Sagt mir nix. Link? Noch nie gehört Link? Link kenn ich hier. Chesscom slash Game. Ja. Ja. Ich guck ja immer deinen Stream. Und da hab ich natürlich Zelda. Zelda hab ich mir reingezogen. Sparke 6. Oh ja, Plötze ist auch ein schönes. Das ist schon ein gutes Pferd. Plötze aus Witcher. Gibt erstaunlich viele prominente Pferde, ne? Ja, ja. Edo Peer versucht hier, das schwarze Pferd einzuschränken, in dem der Bauer einvorgeht. Also er spielt das hier sehr stark, muss man sagen. Erklär mir mal, warum der Turm nicht Tower heißt, sondern Rook. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Rook bedeutet. Ich glaub, das ist irgendein Vogel. Aber ich weiß es nicht. Tower wär doch gegangen. Hätten wir doch Tower nennen können. Schreibt einen Leserbrief an die Fide. Die Fédération Internationale des Schäck. Und regt das mal an. An Herr Schach schreib ich. Warum heißt Springer Neid? Macht auch keinen Sinn. Ja gut, weil der Neid beritten ist. Er ist ja kein Ritter. Ja, aber den musst du dir halt denken. So ein Knight Rider würdest du ihn machen. Na ja. Also. Hasel macht das hier gut. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten sollte er den König jetzt nicht herbringen. Aber Edu P. stellt hier Fallen auf. Er möchte jetzt hier schlagen, wenn er die Dame zurückschlagen würde, dann könnte schon eine Tschüss-Dame-Situation entstehen durch diese Fesselung. So allerdings noch nicht, denn jetzt kann der Bauern noch dazwischen. Dann zieht sie das. Das sollte sie eigentlich sehen. Zieht auch recht schnell, Edu P. muss ich sagen. Das wäre noch 9 Minuten 30 auf der Uhr. Generell beide ziehen ziemlich schnell, finde ich. Das ist, glaube ich, ein Fehler, zu schnell zu spielen in der Anfangsphase, weil da häufig doch schon viel entschieden wird. Und diese 10 Sekunden extra pro Zug, die man kriegt, sind schon ganz gutes Pflaster, wenn es später Zeit knapper werden kann. Lieber noch mal den Zug überprüfen, den man sich überlegt hat. Der Chat weiß, was ein Rook ist. Rook ist der Turm einer Burg, während Tower eher allein stehen sind. Aha. Du hast gelernt. Gleich spiele ich jetzt Schach. 10, 12 Jahre. Ich wusste nicht, nicht, dass Rook ein Burgturm ist. Gesundheit. Danke. So, Läufer geht weg. Weiß immer noch mit mehr Figur. Aber interessant zu sehen. Ich schaue hier gerade in die Gesichter der beiden und man sieht Edo P ganz ruhig, aber Hasel quatscht ein bisschen. Oh, jetzt hier aber. Oh, das öffnet die Stellung, aber ist sie dafür bereit? Denn jetzt hier kann der Bauer geschlagen werden. Das hatten wir ja in unserem Training auch schon. Ich hab ihr noch gesagt, nicht zu früh hier den D-Bauern. Auf D5 gab's viel A. Also, wir können nichts dafür. Aber hier steht der. Okay, was macht der? Oh nein. Ich hab Angst. Und dann kann er sich hier hinstellen. Also wirklich die zwei Sachen, die ich gesagt hab. F-Bauern und Rookhade, ne? Du hast die beiden Sachen ihr gesagt. Und ich hab ihr gesagt, nicht zu früh den D-Bauern in die Mitte ziehen, nach Stress machen. Sie hat all unsere Weisheit, muss man ja sagen, ignoriert. Und ich würd ihr ja wirklich keinen Quatsch erzählen. So grad nicht, wenn's gegen Edo P geht. Ja, eben. Und jetzt musst du den Preis dafür bezahlen, hier den Springer zurückziehen. Wenn der Läufer hier geschlagen hätte, hätte der Springer geschlagen. Die Dame dann schlagen würde, würde die weiße Dame wieder schlagen. Und der Bauer könnte nicht zurückschlagen. Wegen der Fesselung. Also, ist euch wahrscheinlich klatschett, aber nur, falls es ein paar Schachnäuligen gibt. Und Spenner E7 musste vielleicht sein, um jetzt hier zu verändern, die Dame zu verlieren. Aber jetzt kann Edo P sich den Läufer hier schnappen. Oder den Läufer schmeißen, wie Haselnuss sagen würde. Ja. Bist du still? Denkst du über die Scherung, ne? Ja, ich überlege. Ich versuch, mich in die Spieler hineinzusetzen, hineinzuversetzen. Ja. Edo P jetzt zwei Figuren mehr, das ist natürlich schon ... Keine gute Möglichkeit zu rochieren hier für Hasel. Links ist alles offen, rechts kommt sie gar nicht raus. Das ist nicht erlaubt. Die Dame kontrolliert dieses Feld. Ah ja, stimmt. Der König darf nicht über ein Feld ziehen, was von der feindlichen Armee kontrolliert wird. Und auch hier ist noch ein weiter Weg. Der Läufer wär auch bereit. Da sehen wir die Spätfolgen des F-Bauerns. Da den König zu nerven. Also, es wird schwer jetzt für Hasel. Hasel, hier neues Talent im Rocket Beans-Stall, hat Fabian Krane mir berichtet. Und hier Top Ten der weiblichen Twitch-Streamerin. Also, Krane hat viel angegeben. Nicht so viel mit dir, aber viel mit Hasel. Es geht da ja auch mehr um die Zukunft. Er muss da ja auch schon ein bisschen vorplanen. Und da sind wir ehrlich. Da muss man ... Mit dir ist nicht mehr viel zu holen. Schön, dass du dich da noch mal aus der Regie meldest. Dankeschön. Ich hatte es ja angedeutet, aber jetzt haben wir es auch noch mal schwarz auf weiß. Also, das vom eigenen Chef so knallhart gesagt zu kriegen, was macht das mit dir? Ich weiß nicht, ob ich sein Chef bin oder er meiner. Beides, oder? Ja, so ein bisschen beides, ehrlich gesagt. Weil, also, wenn ich irgendwo mich schlecht benehme, dann kriege ich auch einen Anschiss. Ja, in der Zwischenzeit ist ein weiterer Springer, dem gierigen Edo P, in den Schoß gefallen. Und jetzt könnte er hier die Gabel ansetzen. Sieht er das? Auf jeden Fall nimmt er sich jetzt ein bisschen Zeit. Das ist gut. Und er sieht es. Er sieht die Gabel. Und jetzt hören wir mal rein bei Hasel, was sie dazu sagen. Wird doch hier jetzt angegriffen, ne? Warum wird mir das hier nicht rot markiert, wie in der anderen App? Hallo? Das ist ja schlimm. Liegt wieder an der Technik. Da haben wir die Tschüss-Dame-Situation. Es wird immer noch die Chef-Situation diskutiert. Wie sagte Brutus Brutalus? Der Rapper? Hättest du gut aus, Brutalus? Mhm. Ich bin der Chef vom Chef, deines Chefs. Dann schläge ich mich jetzt hier hin. Mann, ist das doof, ey. Der Turm auch noch. Und die Dame. Ich versuche gleich konzentrierter zu spielen. Edo nimmt hier alles weg. Ja. Das ist ja Drama hoch 100. Wie eiskalt er bleibt, ne? Keine Regung. Er traut dem Braten irgendwie noch nicht, glaube ich. Ich glaube, er ist einfach ... Er ist schon ein erfahrener Spieler. Da muss man ja auch sagen, bei allem berechtigten ... Hast ist ein zu starkes Wort. Bei aller berechtigten Antipathie, die viele für Edo P. Hegen. Man muss sagen, er ist, glaube ich, ein guter Spieler, der sich schnell in so Sachen reinfuchsen kann. Als er noch gar nicht so viel Schach gespielt hat, jetzt zack, Dame, Eerdschaft, Matt. Ja? Matt in eins. Und da ist es schon passiert. Hallo, hören wir uns schon? Hören wir uns? Hallo, hallo. Hallo. Glückwunsch. Oh mein Gott. Kannst du das wirklich auch mal mit ein bisschen Freude sagen? Ich kann ja nicht raus aus meiner Haut. Aber ich muss ja anerkennen, dass das eine gute Leistung war von Edo P. Muss man leider wirklich sagen. Hat hier die gebotenen Schwanzen eiskalt ausgerufen. Warst du ein guter Lehrer? Das war ja wild. Aber da muss ich jetzt auch mal kurz einhaken, Hasel. Zwei Sachen hab ich eben noch angesprochen. Den F-Bauer nicht bewegen und ruchieren. Du hast den F-Bauer bewegt und nicht ruchiert. Das ist der Druck. Das ist der Druck. Nächstes Spiel wird bestimmt besser. Das lässt mich jetzt halt auch ein bisschen schlecht dastehen. Ja, voll. Oh mein Gott. Es tut mir leid, Chad. Also das hier steht nicht dafür, wie Eddie als Lehrer ist. Dankeschön. Er ist fantastisch. Wirklich. Ja. Dankeschön. Bist du auch Hasels Chef oder warum sagst du das? Nee, aber ich bin einfach, wie sie es sagten, sehr pädagogisch. Also meine Mutter ist ja Lehrerin, da hab ich viel gelernt. Du bist sehr pädagogisch. Ich bin super pädagogischer. Ich hab da ganz ... Also was ist denn jetzt hier überhaupt los? So. Ähm. Okay, gehen wir in die Analyse. Wir gehen in die Analyse. Ganz schnell. Also. Bauna F6, filmt mir nicht gut. Ähm, versperrt das Feld für den Springer, schwächt den König. Und dann hier die nächste Schachweisheit. Springer am Rand bringt Kummer und Schand. Das ist der Rand. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist dramatisch. Das ist der Druck. Das ist der Druck. Ich kenn das von Matheklausuren. Da lernst du die ganze Zeit für die Matheklausur. Binomische Formel. Du hast die in- und auswendig. Dann kommt die Matheklausur und die Frage lautet, schreib die erste binomische Formel und du weißt nicht mehr, wie sie geht. Ja. Ich weiß gar nicht, was da passiert. Es tut mir voll leid. Ich gelobe besser rum. Aber es ist wirklich aufregend. Also ich merk das auch. Ich hab so richtig zittrig die Hand an der Maus. Und es ist schon sehr aufregend. Also Schach ist ein sehr aufregendes Spiel. Schach ist Stress pur. Wenig Freude, aber viel Leiden. Also ich kann's jedem nur empfehlen. Bei EUP haben wir auch gesehen, die ganze Zeit da hochkonzentriert. Keine Mine verzogen. Nicht den Chat voll gelabert. Und hier, das war schlaue Spiel. Bau einer A3 bereitet vor, den Springer anzugreifen, dieses Feld zu kontrollieren. Und der Springer hat, deshalb sagt man, dass Springer am Rand bringt, weil er nicht viele Felder hat eben vom Rand. Hier ist ein Springer in der Mitte immer besser, wo sie auf acht Felder gehen können. Und von hier aus hier sehen, er hat nicht viele Felder. Deshalb war hier schon schwierig, den Springer zu retten. Wäre wahrscheinlich beste Chance gewesen, so bau er einen vor, um dieses Feld aufzumachen hier, dass er da noch zurückgehen kann. Ja, dann ... Sorry, ich klicke hier irgendwas die ganze Zeit. Dann nach Baut nach D6. War tatsächlich schon gefangen. Also so ein gerniges Tool müssen wir EUP loben. Das hat er schlau gemacht. Danke. Lob von dir, Jan, ist für mich das Beste, was ich bekommen kann. Du weißt, das ist ehrlich gemeint. Ich mach das nicht gern. Ach, ja. So, da nach D7, Bau nach B5. War auch wieder gut hier, bevor der schwarze König sich in Sicherheit bringen kann. Die Stellung weiter geöffnet, gerade mit mehr Material, wenn der eigene König schon sicher ist. Also ich hab tatsächlich nur Gutes zu sagen. Das war stark gespielt. Und hier bei Hase müssen wir kritisieren. Schon wieder ... Hier, Bau nach D5 macht es EUP zu leicht, weil dein König ist noch nicht in Sicherheit. Und damit öffnest du die Stellung und dann kommen die ganzen weißen Figuren da an. Du hast gemerkt, dann gab's gleich Stress. Also hier den König in Sicherheit bringen, dann wär immer noch was drin gewesen. Im Zweifelsfall immer erst mal den König irgendwo verschanzen und dann versuchen, in der Mitte hier Stress zu machen. Weil jetzt nach Bauernach D5, E schlägt D, war's schon gemein, weil der Läufer hier halt der Dame und dem König auf derselben Diagonale Ärger macht. Das heißt, selbst wenn ich hier jetzt geschlagen worden wäre, dann am Ende darf nicht zurückgeschlagen werden, weil der König weg ist. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Muss ich mich noch weiter verteidigen? Ja, ja, wir brauchen mehr der Druck. Die ganze Zeit kritisch hier und jetzt muss ich mich noch verteidigen. Es ist gnadenlos, diese Zugzwangshow. Man verliert und wird dann beleidigt. Ja, ja. Ja, ich habe nichts weiter zu meiner Verteidigung zu sagen, außer ich bin ein bisschen kopflos gerade. Aber ja, ich versuche, mich zu bessern. Okay. Das hören wir gerne, nehmen wir mit Wohlwollen. Nehmen wir das zur Kenntnis. Ja, da war dann natürlich jetzt eh mehr oder weniger schon alles gelaufen. Und dann hat Edo hier auch noch ... Hast du gesehen, dass das Schachmatt ist hier, Dame, dahin? Oder hast du Schach gegeben und da mal gucken? Ob ich das Schachmatt gesehen habe? Ja. Ach, das habe ich gesehen. Aber es ist ja, also in dem Fall ist das ja auch kein kompliziertes Schachmatt, sage ich jetzt mal, weil es gibt ja nicht viele Felder, wohin der König gehen kann. Es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie viel passieren kann in diesem Fall. Ja, ich fand es trotzdem hier ästhetisch. Ich hätte wahrscheinlich erst mal die Dame geschlagen auf sich, ja. Dame jacht Schachmatt. Und was soll man sagen? Starke Leistung von Edo P. Aber zum Glück haben wir Hasel hier keinen Druck gemacht jetzt durch übermäßige Kritik ihres Spiels. Das heißt, ihr könnt jetzt ganz bis bald aufstehen. Nee, alles gut. Ich fühle mich voll wohl hier. Danach machen wir eine Ruhe Analyse. Mal gucken, ob da kleine Fehler drin waren oder nicht. Nein, nein, nein. Jetzt ist Hasel als nächstes dran mit den weißen Figuren. Und das ist ein enormer Vorteil, wenn man den F-Bauer nicht direkt am Anfang bewegt. Und wenn man seinen König in Sicherheit bringt durch eine Ruchhade. Ja. Sag's nur. Okay, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Geht schon weiter? Naja. Okay. Es geht Schlag auf Schlag heute. Viel Erfolg. Zweite Partie. Viel Glück euch beiden. Danke. Danke sehr. Und ja, mal gucken was. Ich bin gespannt. Edo P war schon sehr stark, ne? Also, ja, ich hab auch. Ich hab ihn ein bisschen unterschätzt. Ich hatte nur noch die Niederlage gegen dich so im Hinterkopf. Aber seitdem gab's den Schachurlaub mit Zun. Ja, ja, gab's den Zun-Schachurlaub. Geh mal rein. Aber das war eine starke Leistung. So. Jetzt Hasel mit den weißen Steinen hier. Sie braucht den Sieg, um sich in den Tiebreak zu retten. Wir sehen die klassische E4-E5-Veröffnung. Jetzt läuft er raus. Italienisch, weißt du? Wer ist das hier? Läuft er weiter. Spanisch. Wer ist das? Bauer hat zwei vor. Sizilianisch. Schottisch. Schottisch. Wer ist das? Zwei-Springer-Spiel. Ja, komischerweise. Vier-Springer-Spiel. Obwohl erst drei Sprenger draußen sind. Da müssen es Drei-Springer-Spiel heißen. Das heißt Vier-Springer-Spiel. Wahrscheinlich, weil meistens der vierte Sprenger hier auch rausgeht. Aber, soweit alles wohlbekannte Öffnungstheorie. Ich kann nichts kritisieren. Würdest du einen Schachurlaub mit Zun machen? Zun ist ein netter Kerl, oder? Ja, ein bisschen Schachspielen. Ich würde auch ohne Schach mit Zun Urlaub machen. Ach so, ich dachte, du würdest auch ohne Zun Schachurlaub machen. Es gibt ja, hab ich dir, glaub ich, sogar mal gezeigt, es gibt ja diese Schach... Schick's mir mal so links, so zu Schachkreuzfahrt. Ja, Schachkreuzfahrt. Aber du warst da komischerweise nicht begeistert von. Wir zwei zusammen auf so einem Kreuzfahrtschiff und sonst nur Schachspieler. Das klingt jetzt nicht gut. Hast du erst mal eine Kreuzfahrt gemacht? Nee. Ich glaub, das ist der letzte... Einmal. Echt, ist das geil? Ich glaub, ich würde wahnsinnig... War nicht so meins. Also, ich hatte eine andere Zeit. Ich hatte ein Pokerturnier auf einem Kreuzfahrtschiff. Von Miami über die Caymans, Jamaika. Ist das... War schon schön, aber... Ey, Kreuzfahrten irgendwie... Nee, klingt auch, ehrlich gesagt, überhaupt nicht ein... Also... Wie sagt ihr hier, Andreas Linksch? Kreuzfahrtschiffe sind Auslaufmodelle. Wo ich ja glaube, dass Anleger der Kreuzfahrtbranche sehr geholfen haben. Schon mal alten Twitter-Jokes hier vortragen. Ich hab mal eine Frage. Kreuzfahrten sind ja auch generell in Verruf, auch wegen CO2-Verbrauch und so weiter. Ja, das glaub ich alles nicht. Aber stimmt das denn? Weil auf so einem Kreuzfahrtschiff machen ja dann auch gleichzeitig irgendwie 100.000 Leute Urlaub. Wenn die 100.000 statt mit dem Kreuzfahrtschiff alle fliegen würden... Also, sie fliegen ja häufig auch noch zum Kreuzfahrtschiff. Okay, dann kommen wir nicht... Ich glaub, die Rechnung geht nicht auf. Okay, das hab ich nicht... Okay, ja. Aber... Ja, das macht Sinn. Guckst du, so Traumschiffs, das ist deine Welt? Tal, meine Welt. Was ist dein Lieblingskreuzfahrtschiff-Film? Wir reden gleich wieder über Schacht. Mein Lieblingskreuzfahrtschiff? Kennst du Triangle? Uh, der läuft raus, der Springer hängt doch. Nee, Triangle kenn ich nicht. Kennst du wirklich nicht? Nee. Ich kenn auch tatsächlich nur Under Siege, also... Das ist ein Horrorfilm, also so ein quasi-Horrorfilm, so ein Mindfuck-Film. Einer meiner Lieblings-Mindfuck-Filme. Den kennst du nicht? Triangle? Den musst du mal gucken. Den try ich auf jeden Fall. Try den mal. Äh, so, Läufer nach B5. Wir haben zu viel Druck gemacht, na, jetzt fühl ich mich schlecht. Hier, der Springer hatte wieder weggemusst. Er war angegriffen. Also, Edo P hat hier... etwas experimentell den Springer in die Mitte gestellt. Also schlägt das okay. Sie hätte auch den Baum hier schlagen können, so eine ähnliche Situation hatten wir schon bei der Partie vorhin mit Smashed Lunatic gegen Maluna. Aber jetzt war der Springer angegriffen vom Bauern. Und der Läufer ging raus. Der Springer wird geschlagen. Und Edo P hat schon wieder eine Figur mehr. Noch alles drin. Aber bisher... ist Edo P hier am Drücker. Jetzt will ich eine Ruchhade sehen. Du hast es verlangt. Sonst drehe ich hier wirklich durch. Wenn jetzt hier nicht ruchiert wird, ey. No pressure. Ich hab's wirklich jetzt auch oft genug angesprochen. Hast du wirklich häufiger gesagt? Also, ich zieh dann meinen Kopf aus der Schlinge. Ganz ehrlich. Ich hab's auch Triangle of Sadness. Ich hab den Film geguckt bis zur großen Dinner-Szene. Und dann irgendwie eigentlich keine Lust mehr. Oh, der ist ganz cool eigentlich. Ja, ist auch so. Studiose ist es. Er findet nur irgendwie nicht so richtig ein N. Aber ja doch, der ist schon ganz cool. So, Dauna E2. Noch ging in die Ruchhade. Aber im Zweifelsfall immer erst mal ruchieren. Und dann ... Gibt's eigentlich einen Assistant-Coach als Bundestrainer? Hast du einen Assistenten? Ja, ich hatte zur Mannschafts-Europameisterschaft hab ich einen Assistenten mitgenommen, der tatsächlich die ganze Arbeit gemacht hat. Also, ein junger, aufstrebender Großmeister. Frederik Svane. Ganz dicht dran an der Mannschaft auch schon. War diesmal auch nicht ganz in die Mannschaft geschaffen. Sag, hier, zack. Du bist Sekundanten-Investant. Der muss dann die ganze Nacht arbeiten, während ich saufen gehen. Ich hätt mich sonst ins Rennen gebracht. Ach so, ja, ja. Wenn der nicht so viel arbeiten muss, dann ... Ähm ... Ist ja nach Speed gefragt. Ja, Speed 2 ist auf dem Kreuzfahrtschiff. Auch ein fantastischer Film. Gilt ja zu Recht als moderner Klassiker. Ja. Wir wissen alle, mit was für eine Wahnsinnsgeschwindigkeit ist ein Kreuzfahrtschiff. Ja, ja, ja. Das muss schon beim Pitch richtig gut gewesen sein. So, Spender 6. Jetzt könnte ... Ha, Läufer G5 gefährden wir auch. Macht jetzt ein bisschen Druck hier. Fesselung. Fesselung. Aber immer noch nicht rochiert. Immer noch nicht rochiert. Vielleicht will sie die lange Zunge machen. Die lange Zunge heißt das? Ja, ja. Kurze Rochade, lange Zunge. Also man kann auch lange Rochade sagen, aber ... Aber wo sagt man die kurze Zunge? Also nicht. Klingt ja irgendwie komisch. Kurze Zunge. Hm. So, aber erst mal. Druck, Bauna E5. Kriegt Edu P. Das pariert. Könnte mir da mal weggehen. Dann den Springer ziehen zu können. Sich sozusagen entfesseln. Könnte den Läufer hier angreifen. Er könnte den Bauna ein vorziehen. Aber jetzt muss er eine Entscheidung treffen. Und Hasel hat sich hier nach den Anfangsschwierigkeiten jetzt, glaub ich, in die Partie reingefuchst. Macht jetzt gute Züge. Ich hab das Gefühl, bei mir updatet sich's nicht, weil die Zeit ... Doch. Ich muss manchmal hier so ein bisschen mit der Maus wackeln, glaub ich, damit ist. Bauna D6. Bauna D6. Pariert die Drohung. Da könnte man ja jetzt zum Beispiel rochieren. Jetzt wär ... Die nächste Rochade-Chance sogar, in beide Richtungen. Bist du eher so lange, lange Rochade oder kurze Rochade-Typ? Ich hab mal gehört, dass wenn man, wenn einer kurz und der andere lang rochiert, dass es dann immer viel Action gibt. Dann gibt's viel Action. Sogenannten heterogenen Rochaden. Weil dann kann man ja auf der Seite, wo der feindliche König steht, aber nicht der eigene, schnell mal den Bauern vorpreschen, ohne Angst zu haben, den eigenen König zu exponieren. Das führt häufig zu einem schärferen Kampf. Also nichts für mich. Ich versuch immer, mein König ist schön. Du bist kein Fan von der lange Rochade. Nee, 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 ich komm meist nicht dazu. Ähm. Aber jetzt wär die Chance da. Und grad hier, da sie ja schon eine Figur weniger hat, ist es ja in Hasels Interesse, die Partie etwas zu verschärfen. Lange Rochade jetzt? Noch nicht. Hättest du den Turm auch direkt? Ah, sie spielt bei einer E5. Auch nicht blöd, aber nach D schlägt E5, kann Edo P seine Figuren noch retten. Sie möchte ja nach D schlägt E. So kam's doch nicht. Es ist nur eine Simulation. Diesen Doppelangriff machen. Aber Schwarz könnte noch den Läufer nicht da mal dazwischen ziehen. Weshalb? Ich find gut, dass du ihr unterstellst, dass sie das so weit ausgerechnet hat, dass sie den Doppelangriff macht. Das hat sie ausgerechnet. Ja. Zack, zack. Aber sie hat noch nicht rochiert. Ich glaub, das macht sie extra auch, um mich ein bisschen jetzt hier blöd dastehen zu lassen. Ja. Wir sehen ein bisschen Angst. In Edo P's. Oh. Aber er streamt nicht, ne? Er redet nicht. Er ist, glaub ich, komplett konzentriert. Hasel hingegen streamt auch parallel und muss dann dabei auch immer so ein bisschen entertainen. Und ich hab das ja auch schon hinter mir. Das ist nicht unbedingt von Vorteil, finde ich. Oh, ein Wackler von Edo P, dass ich das noch erleben darf. Er gibt den Springer ab. Jetzt kann sie hier rausschlagen und hätte auf einmal einen Bauern mehr. So, Sekunde. Wir müssen zählen. Wir müssen zählen. Also, nehmen wir an, ich mach das hier. Dann ist vorbei. Deswegen machen wir das nicht. Wenn ich mich mit dem hier hinstelle, könnte er den schmeißen. Dann hätte ich immer noch den zwischen dem und dem. Dann könnte er aber hier den schmeißen. Den schmeißen? Schmeißen heißt in ihrer Sprache schlagen. Dann hätte die Dame wieder freie Fahrt. Also, ist kacke bei mir schon wieder, ne? Nein, 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 alles gut. Jetzt den Springer schmeißen. Und ich hab meine Türme nicht frei. Scheiße. Nein, ich glaube, wir haben sie verunsichert tatsächlich. Sie kann doch dann sogar, warte mal, wenn sie den Springer schlägt, Bauer schlägt, Dann kann sie sogar den Bauern mit dem Läufer noch was schlagen. Kann sie sogar noch den Turm. Oh. Ja, Taktikfuß. Zack, zack, zack. Dann darf die Dame nicht schlagen, wegen der Fesselung. Okay, warte Sekunde. Zack, zack. Warte mal, der weißen Baum. Aber warum macht sie es nicht? Irgendwas ist, ich verstehe nicht, was denkt sie, was passiert? Ist jetzt wieder die Angst vor dem Damentausch? Ja, ich glaube, es ist wieder dieses Ding, wenn sie jetzt schlägt, dass dann die Dame ihre Dame schlägt. Ja, ja, ja. Aber dann sieht, das muss sie ja sehen, dass sie dann genug Möglichkeiten hat, dann ... Ja, sehr gut. Stark gemacht. Springer wird geschlagen. Jetzt, Edu P. die Wahl. Er schlägt den Bauern zurück. Oh, der Tausch-Dame, er schlägt den Bauern zurück. Jetzt gibt's den Trick, den du schon erwähnt hast hier. Der Läufer könnte diesen Bauern schlagen. Die Dame dürfte nicht zurückschlagen. Das ist allerdings, zack, weiß ich aus eigener Erfahrung, das Thema Fesselung, das dauert ein bisschen, bis man das verinnerlicht hat. Weil das ... Ja, wie soll ich's erklären? Das ist schwer zu erklären. Dir kann ich's eh nicht erklären, weil du dafür keinen Sinn mehr hast, weil du das siehst, aber jemand, der ... Ja, ich weiß auch, dass das Thema dir auch beim Schachtern schwer gefallen ist. Mhm. Wenn man ... Es ist theoretisch, der Kopf sagt einem, ich schlag jetzt den Bauern ... Ah ja, okay. Jetzt hat sich's eh erledigt. Die Dame waren getauscht. Ja, und die ... Es ist egal. Naja, jetzt ist trotzdem noch alles offen. Ähm, beide Seiten haben nach meinem schnellen Count zwei Türme, zwei Läufer und sieben Bauern. Das heißt, wir haben exakt materielles Gleichgewicht. Das heißt, es kann alles passieren. Sie könnte jetzt zum Beispiel rochieren. Nein, der Läufer ist angegriffen, nicht rochieren. Ach so, nein, jetzt nicht rochieren. Aber theoretisch könnte sie noch rochieren. Theoretisch könnte sie noch rochieren. Aber erst mal den Läufer wegziehen. Ist Haselnuss heiß sie? Hazel? Hasel? Ich bin immer verwehrt. Du kannst alles sagen, weil sie ... Sie hat mir gesagt, Hazel, Hasel ... Sie ist Hasel oder Hazel. Hazel, Hasel, Haselnuss, Haselnuss. Okay. Ah, nicht Haselnuss. Nee. Da musst du auch aufpassen, wenn du sie bei Twitch raidest. Ich hab zum Beispiel einen Account Haselnuss mit zwei U, einfach damit ich die Raids abgreifen kann. Das ist schlau, das ist schlau. Ich glaube, sie wollte rochieren. Mein Eddie-Life-Account bisher sieht da nicht viele Rates an. Was ist da los? Können wir mal hören? Wollte sie jetzt rochieren auf lang? Der Läufer! Sie braucht den Läufer. Hat sie sich vertippt? Das hab ich irgendwie voll vergessen. Der stand ja auch noch da. Ah, der arme Läufer. Nein! Aber unabhängig davon, glaube ich, dass das eine Rochade sein sollte. Das kann ich nicht. Nee? Chat-Frage, Nutella der beste Brotaufstrich ist? Ich hab bestimmt seit 20 Jahren kein Nutella mehr gegessen. Ich kauf's manchmal für meine Kinder, aber nee. Ich mein's. Ich bin so Peanut Butter und Jelly-Typ. Ich mach einfach so Erdnussbutter und Marmelade. Erdnussbutter, obwohl ich ja Snickers liebe. Erdnussbutter komm ich nicht drauf klar irgendwie. Aber ich hab noch nie Peanut Butter Jelly probiert. Super. Erste Kombination. Dann mit Erdbeermarmelade? Ja. Erdnussbutter, Erdbeermarmelade. Machst nix falsch. Welche Erdnussbutter? Wie heißt die? Jaffi? Nee. Ich kauf immer die billigste. Aber manchmal ... Jaffi? Wie heißt die? Wenn andere Leute einkaufen, dann haben wir irgendeinen Bio-Schissel mit weniger Zucker und so. Nicht so gut. Ich kauf immer, wie heißt der? Mr. Jim oder? Kein Ahnung. Ey, was? Hm. So. Hä? Stückig natürlich, Chad. Mr. Mitchell. Ach, es gibt Stückig und ... Ja, cremig. Aber Leute, die cremige Erdnussbutter präferieren. Also da müssen kleine Nussstückchen drin sein, ja? Ja, muss stückig sein. So, hier läuft nach wie vor ein harter Kampf um die E-Linie, aber dadurch, dass Edu P sich diesen Läufer hier schnappen konnte ... So, ich ruf sie jetzt an und sag ihr, sie soll jetzt rochieren. Ja, letzte Chance, ne? Sie hat hier den Turm umständlich ins Spiel gebracht. Sie hat einfach rochieren können und dann den Turm in die Mitte stellen. Und sie musste hier, zack, drei Züge um den Turm da auf die Linie ziehen. Ja, ja, ja. Aber bislang die engste Partie. Allerdings muss Hasel jetzt auch ein bisschen auf ihr Zeitkonto langsamer gucken. Zwei Minuten 50 ist natürlich normal, aber ja, ich weiß, du denkst, dir ist noch genug Zeit, aber ... Zeit wird's nicht scheitern, aber ... Jetzt ist die Rochade Chance vertan. Oh, das wird Ärger geben, das wird Ärger geben. Ich mein, der Gedanke ist richtig, dass sie den König da aus der Linie ziehen wollte, aber warum denn so? Warum denn nicht zwei fliegen mit einer Klatsche? Ich hab einfach den Bauer nicht geschlagen. Zack. Moment, hat sie jetzt wieder den König zurückgezogen? Nee, nee, das war echt das. Ach so. Entschuldigung. Ja, den Bauer hättest du natürlich geschlagen. Naja, klar. Ja, das ist doch jetzt, das ist doch eigentlich auch ein Affront gegen dich direkt, ne? Nachdem du auf der Rochade ... Ich sag ja, das ist ... ... noch mal extra erwähnt hast. Meiner Meinung nach ist das Kalkül. Willst du das ansprechen? Im nächsten Jahr wird ja wahrscheinlich so Talent-Meetings hier vom Fabian Kranek. Nee, dann müssen wir generell über ... Da werde ich mit Kranek mal ... Oh nein, ein zu weit. Der Turm soll hier hin. Hat sie sich jetzt verklickt? Ich weiß nicht, ob es ein Mauslip war. Aber es ist auf jeden Fall gefährlich, weil der Turm hier, zack, geschlagen werden kann. Und hier, ihr seht, Edo Pees ... Eiskugel-Count. Eiskugel-Count und seinen angespannten Blick Richtung Turm. Und hier sehen wir es jetzt natürlich noch mal. Der Turm ist fünffwert. Selbst wenn der Läufer zurückgeschlagen wird vom König, kommt er da mit plus zwei raus. Hab ich selber ausgerechnet. Das hab ich einfach im Kopf gerechnet gerade. Oder? Ja. Tut er es, oder tut er es nicht? Nein, er schlägt nicht! Warum schlägt der Turm nicht? Vielleicht kann er nicht so gut Eiskugel-Matte wie du. Das gibt Hasel noch eine Chance, den Turm zu retten. Aber sie besteht drauf. Jetzt ist es passiert. Jetzt, wenn wir durchzählen ... Plus sechs. ... ist noch ein schwarzer Turm übrig geblieben. Eieiei. Also ich finde es nicht nur schade für Haselnuss, sondern vor allem schade für uns, dass wir jetzt Edo Peer wahrscheinlich im Halbfinale haben waren. Ja, das wollte vor diesem Turnier niemand. Nee. Der arme Edo. Ich hab ja auch gerade eine Liste meiner Feinde geschickt sogar vor dem Turnier. Also 72 Namen, das ist echt nichts Großes. Aber man hat sich wieder nicht dran gehalten. Aber da waren echt ein paar komische Namen da auch. Er hat ja gesagt, Schach ist eine Frauendomäne. Ich brauch einen Typen am ersten Spieltag. Nur Edo Peer wollte. Ich hab hier diese Liste mit den 72 Namen, hab ich ja gesehen. Ja, er sagt, Nils ist nichts Persönliches. Ich wollte nur nicht, dass er jetzt hier uns die Shows stiehlt. Ich wollte seinen Namen nicht sagen. Ah, der Läufer ist weg. Ah, es wird böse Enden. Hast du Feinde da draußen? Nee, du kommst gleich mit allen gut, ne? Ich komm mit allen gut, klar. Das liegt aber auch einfach daran, das liegt an meinem Humor. Hä, das ist natürlich ein Eisbrecher. Das ist ein Türöffner, Eisbrecher. Das hat mir schon immer viel geholfen. Ja, ist praktisch. Kannst du mir da ein paar Tipps geben, mal? Wie man so mit so einem Joke gleich irgendwie. Ja, ist schwierig. Verbindung herstellt. Man muss natürlich immer auch Themen finden, die aktuell sind. Anzeigen Hauptmeister zum Beispiel. Ah, okay. Und dann einen möglichst eng lustigen Vergleich. Ja, irgendwie sowas, genau. Was die Leute halt, womit die connecten können. Das ist bei Humor halt wichtig, ne? Also viel einfach am Zeitgeist. Zeitgeist, genau. Gendern jetzt zum Beispiel in Bayern. Absolut. Wenn du da mal irgendwas tweeten könntest. Also hier. Gender-Gaga-Rufezeichen. Genau, irgendwie sowas. Oder. Ja, finde ich nicht schlecht. Vielleicht. Oder was hier. Cannabis. Das ist doch auch ein Thema. Warum? Der Lauterbach hat doch Probleme. Der Schauspieler. Heiner Lauterbach hat Probleme, Cannabis zu legalisieren. Ja. Da könnte ich mich vielleicht mal zu äußern. Das wird ihm nicht leicht gemacht. Das stimmt schon. Soll ich Free Buberz tweeten? Ich stehe auf jeden Fall, ich stehe seitdem, ich stehe wirklich mit meiner Grasmarke auch schon in den Startlöchern und ich kann einfach nicht loslegen. Ich habe ein ganzes Netzwerk da schon. Die Netflix-Serie und der Film The Gentleman beruht lose auf deinem Garten, glaube ich. Ja, hier, es sieht nicht gut aus für Hase. Leider, es mir tut. Da sind zu viel. Wie ist denn, was ist denn mit Drogen im Schach? Gibt's da Vorfälle? Wir haben Doping-Tests. Man kann Gras einen Monat lang nachweisen. Bei so typischen Urin-Tests, bei Hart-Tests noch ein bisschen länger. Deshalb, also ich will es natürlich niemals machen, aber sagt man auch immer so den Spielern als Coach, einen Monat vor dem großen Turnier? Nicht mehr kiffen. Nicht mehr kiffen. Aber ist Gras wahrscheinlich auch nicht die beste Droge, die man nehmen sollte? Hilft auch nicht, aber ich habe gehört, soll ja relativ verbreitet sein und kann lange nachgewiesen werden. Sonst, ich weiß nicht, darf ich das Computer betrügen? Die Engines sind ja besser als alle Menschen. Im Schach halt so OP ist, ist das Thema umsonst leistungsstärkende Substanzen nie so ernsthaft behandelt worden. Früher, als ich noch aktiver war, ich habe immer von der NADA, der aktuellen Nationalen Anti-Doping-Agentur so eine Liste zugeschickt mit dem Kram, den du nicht reinziehen sollst. Ich glaube, Mohnkuchen. Mohnkuchen? Dann wärst du auf Heroin-positiv getestet. Was? Herr Mohn, wäre Heroin aus Mohn geworden? Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so gut aus, aber Mohnkuchen sagen wir auf jeden Fall nicht. Dann sagen uns alle möglichen Medikamente und so. Bei Resignation. Hasel gibt auf. So. Edopé schnell zum Doping-Test und dann können wir hier auch schon ... Einmal checken. Edopé, hast du Mohnkuchen gegessen in letzter Zeit? Das ist sehr aufregend, muss ich sagen. Und ich kann Schwarz echt nicht gut spielen. Ich merke, ich habe ganz viele Züge gesehen, wo ich, nachdem ich gesetzt habe, wo es einfach komplett schlecht war. Aber, ja. Es waren, ich sag mal so, es waren einige merkwürdige Sachen da. Ich möchte noch mal ganz kurz ... Nur eine Frage, ist auch keine Kritik, Hasel. Aber erinnerst du dich, als ich vor der Partie gesagt habe, rochieren? Ab so einem gewissen Moment konnte ich nicht mehr. Ich hab irgendwas, irgendwas hab ich falsch gemacht und dann ... Also ich glaub so ab Zug 26 oder so ging's nicht mehr, ja. Aber was war denn mit den 25 Zügen davor? Ich, ich wollte noch abwarten irgendwie, ich weiß auch nicht. Okay. Also wir schauen mal rein. Klärt das unter euch. Ja, es ist so ein Lehrer-Schüler-Ding gerade. Aber okay, wir gucken mal rein, es warnt, aber auch, auch Edo P hat einiges liegen gelassen. Mhm. Ja, es gab tatsächlich schon Früh-Action in dieser Partie, wenn wir das Brett noch mal haben können, hier nach Sprechner, D4. Vielleicht, äh, war dieser Bauer da schon ungeschützt, aber hier schlagen war auch okay. Aber dann, vielleicht war es noch, weil wir Hasel doch sehr viel Druck gemacht haben, nach der Letztpartie, die Aufregung am Anfang, einen Läufer rauszuziehen hier. Das kostet natürlich diesen, diesen Springer. Und Springer sind ja mehr wert als so ein blöder Bauer. Wäre es hier besser gewesen, schnell wegzugehen mit dem Springer hier zum Beispiel, den zu retten. Dann war Edo P eine Weile am Drücker, aber es gab das Comeback. Und zwar hier, Dame nach E7. Ein Fehler, da haben wir auch längeres Nachdenken gesehen. Hattest du Angst, wenn hier geschlagen wird? Was hast du befürchtet? Bitte, war ich jetzt, oder? War Frage an Edo P, aber er schweigt. An mich, ach sorry, was ich befürchtet hab. Äh, ich hab, äh, ich hab, ich hab wahrscheinlich einfach gar nicht nachgedacht. Also ich hab probiert nachzudenken, aber ich hab, ich hab mich so sehr unter Druck gefühlt. Ich hab die ganze Zeit diese Dame, die dann auf meinen König gezeigt hat. Und ich war irgendwie sehr under pressure. Und ich war nur so, die ganze Zeit wird beschäftigt, wie krieg ich jetzt irgendwie da meinen König irgendwie raus. Und ich war schon felsenfest davon überzeugt, da jetzt irgendwie Damentausch machen zu müssen. Und ich glaube, dann hatte mich Hasel auch einmal mit dem Läufer, hatte sie auch meinen Turm dann angreifen können, wo ich dann nicht aufgepasst hab. Gleich im Anschluss. Genau, das kommt später, ja. Ja, ganzes Wirrwarr. Also da hab ich mich so verstrickt. Ich saß davor und dachte mir, okay, ich weiß nicht, wie ich da wieder rauskommen soll. Also es war wirklich, äh, wirklich gut von dir, weil ich hing da echt fest. Und, ja. Ja, hier war viel Druck. Also, man braucht ja eigentlich keine Angst haben vor dem Damentausch. Das ist ja eine Figur mehr, wer es schlagen können. Und wenn man die Dame schlägt, hier jetzt die Damen so abtauschen, dann behältst du noch die Figur. Und gerade mit extra Figur ist es meist sogar ganz gut, wenn man dann ein bisschen Sachen abtauscht und es vereinfacht. Aber hier, das weiße Powerplay hat sich ausgezahlt. Und nach, ich glaube, so kam es jetzt wieder alles drin. Hier haben wir gedacht, kommt das Comeback. Und Dame schlägt E7, König schlägt, ah, jetzt der arme Läufer. Aber, ich glaube, das ist dir danach auch gleich aufgefallen. Den hätten wir noch gebraucht. Ja, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich hab den dann einfach ausgeblendet und hab dann geguckt, okay, was kann ich denn jetzt machen? Und dann hab ich den, ja, das war's. Ich glaube, das war der entscheidende Moment hier. Gut zurückgekämpft, aber den Läufer hätte es so halten müssen. Und danach war's schwer. Mhm. Und hier, letzte Chance zur Rochade. Eddie hat hier mitgefiebert nach der Rochade geschrien. Jeden Zug, eigentlich. Das kam einfach. Das tut mir so leid. Voll die Enttäuschung, ey. Aber hier würde ich ja mal wissen, war das ein Maus-Slip? Wolltest du da rochieren? Weil da hättest du ja auch auf die linke Seite rochieren können. Also da hättest du rochieren können und den Turm. Das war ja eigentlich keine schlechte Idee, den da auf die E-Line zu bringen. Also hier irgendwo in dem Moment hatte ich auch versucht zu rochieren, aber irgendwie, hä? Ich hab geklickt, aber es hat irgendwie, ich weiß nicht, was da passiert ist. Also kleiner Tipp, weil sowas würde ich immer den, also wenn du rochieren wolltest, dann das mit dem König machen. Also wenn du den König ziehst auf den Turm, weil dann ist die Gefahr nicht so groß, dass du aus Versehen den Turm fällt. Oder, warte, ist das bei dem Tool so, dass man die da aufeinander ziehen muss? Man zieht den König ja immer zwei zur Seite, so an den Turm ran. Genau, dann springt der Turm irgendwie rüber. Weil irgendwie hat er das nicht genommen und ich dachte, und dann hab ich so geguckt, ich so, hä? Aber er wird ja auch gar nicht angegriffen, aber ja, sorry. Naja, dann klär das mit Eddie. Also er ist verletzt. Jetzt hör mal auf, der Chat ist schon ganz sauer auf mich. Weil ich hier gemein bin zu Hasel. Nein, nein. Ich gelobe Besserung beim nächsten Mal. Ich hab's mich nur gefragt, was da war, weil du hast dann den Turm quasi dreimal bewegt, um ihn auf die E-Linie, glaube ich, zu kriegen. Ja, ich glaub, Unfähigkeit, dieses Tool zu bedienen, war's dann an der Stelle wahrscheinlich. Ja, danach, hier letzter Moment, der mir aufgefallen ist, der Turm ist ja stärker als Neufall. Und wenn du ihn hier hinstellst, dann kann der gierige E-OP-Läufer sich den Turm ja gleich schnappen. Ich hab's gesehen. Ja, ja, aber eins, so später hast du es dann ja gemacht. Die letzte Chance wäre wahrscheinlich gewesen, den Turm hier rüber, den Läufer angreifen und dann hier hinten reinschlagen. Hier hätte durchaus noch was passieren können mit dem aktiven Turm. Aber ich glaube, das war die allerletzte Chance. E-OP jetzt 1-0 noch verpasst, ah, dann im nächsten. Weg war er. Und das war stark runtergespielt. Glückwunsch an E-OP auf jeden Fall. Hasel, bereust du deine Teilnahme? Also, die vielen Anfeindungen, den Stress. Nein, ich bin sehr glücklich, dass ich gegen E-OP spielen durfte. Du hast auch gut gespielt, hat Spaß gemacht. Danke schön, hat echt Spaß gemacht. Also, ja, alles gut, alles gut. Er hat's verdient, er spielt doch gut. Deswegen war das Schlimmste, wenn E-OP gewinnt und dann einen auf guter Gewinner macht. Das sind die Schlimmsten, Leute, ja. Unangenehm, unangenehm. Das ist das Schöne, wenn man gegen dich spielt, dass du richtig eklig, dass es auch dir gefällt. Egal, wie schlecht der Spieler ist, gegen den du gewinnst. Egal, am Ende gehst du mit dem Sieg ins Bett, ist alles, was zählt. Das ist mir völlig egal gegen wen. Alles, was hängen bleibt. Gegen den größten Idioten, wenn ich da gewinne, freue ich mich trotzdem. Naja, aber trotzdem, dafür, dass du erst vor wenigen Wochen oder Tagen überhaupt angefangen hast, Hasel, hast du dich hier gerade auch jetzt in der zweiten Partie, finde ich, sehr, sehr wacker geschlagen. Dankeschön. Und gib bitte nicht auf. Spiel weiter Schach. Ja. Ja? Mhm, mach ich. Du bist ein bisschen sauer, glaub ich. Verständlicherweise, verständlicherweise. Ja, ich bin nur, das Einzige, wo ich sauer bin, ist halt auf mich, hab echt ein paar blöde Fehler gemacht. Und die erste Runde ist echt nicht so gelaufen, wie ich es mir erhofft hab. Aber ansonsten, alles gut. Aber ganz viele Herzen im Chat für dich. Dankeschön. Für deine Teilnahme. Und das muss man ja auch mal sagen. Ich kenne Leute in dieser Firma hier, die sich weigern, an Zugzwang teilzunehmen. Und sich nicht diesem Druck und diese Aufmerksamkeit stellen wollen. Wir haben auch gesagt, wir reden nicht über Nils. Ja, aber ich hätte jetzt ... Es ist aber echt Stress. Es ist wirklich Stress. Also, Stresslevel ist wirklich hoch beim Schachspiel. Also, es ist schon so sehr competitive. Und wenn man das dann spielt, es kribbelt alles. Also, es ist ein ganz aufregendes Spiel. Und dann, wenn man weiß, es kommentieren dann auch noch so zwei Experten, das Ganze macht sich leichter. Edo, ich mag dich. Ja, aber das Ding ist ja auch bei Schach, es ist halt so ein ... Es vergibt einem keinen Fehler im Prinzip. Du machst einen kleinen Fehler, eine Ungenauigkeit und es kann alles schon ... Es ist so gemein. Das Gemeine ist auch ... Also, natürlich sucht man nach Ausreden. Ich auch immer. Aber tief drin weiß ich immer, ich bin selber schuld, dass ich's gemacht hab. Also, sonst ... So Teamsport kannst du wenigstens auf die Mannschaft schieben oder auf den Trainer oder das Wetter. Aber Schach quält man sich ja eigentlich immer nur selber. Also, ich kann's keinem empfehlen. Mach's was Vernünftiges. Spiel to Rimworld. Hasel, was empfiehlst du? Beat Saber. Beat Saber. Ist gut, um Aggressionen auszulassen. Hm. Eddie, hat Schach dich glücklicher gemacht? Nee. So nämlich. Das kann ich auf jeden Fall hier eindeutig beantworten. Wir schauen noch mal auf den geupdateten Turnierbaum und sehen, unser erstes Halbfinale steht fest. Maluna gegen Edo P. Das gibt's am Freitag. Und unten dann morgen die zwei anderen Viertelfinals. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Mit vielen unbeschriebenen Blättern, ne? Das wissen wir auch noch nicht so genau. Ja, wir wissen, dass Soon viel trainiert hat. Ähm, über Hadi und Farbenfuchs-Schachskills weiß ich tatsächlich wenig. Mit Steinwallen hatte ich eine Session. Aber Soon hat schon sehr, sehr viel gearbeitet. Dem würde ich die Favoriten-Bürde da zuschieben im unteren Bracket. Okay, dann schauen wir mal. Ihr guckt hoffentlich dann auch zu. Vielen Dank fürs Mitmachen, Edo. Wir sehen uns am Freitag. Hasel, noch mal vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Dankeschön für die Einladung. Danke für die Einladung. Wir raiden dich gleich. Ich brauch ein Rematch. Rematch. Wenn du spielen willst, sag Bescheid. Dann spielen wir einfach so ein bisschen noch. Ja, gerne, gerne. Okay, okay. Macht's gut zusammen. Danke für die Einladung. Bye, bye. Tschüss. Danke. Ja, und das war's auch schon für heute. Ach ja. Ging schnell, ne? Jetzt keine Armageddi. Ich glaub, das ist die mehrzahl. Armageddi. Ja. Eddie Armageddi. Das wär kein schlechter ... Ein guter Spitzname. Ich gewinn immer in drei Matches. Man nennt ihn auch Eddie Armageddi. Nicht schlecht. Ja, morgen, wie gesagt, geht's weiter mit den zweiten Viertelfinals. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit von der Partie. Welche Zeit, wieder 20 Uhr? Morgen wieder 20 Uhr, na klar. Also nehmt euch nix vor. Danke an alle, die hier zugeschaut haben. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn's euch Spaß gemacht hat, supportet uns und supportet ein Format wie dieses. Unten ist der Link zum Supporters-Club. Kommt in den Supporters-Club. Und sorgt dafür, dass solche Formate in Zukunft auch produziert werden können. Danke, Jan. Es war mir eine Freude. Es war schön, dich wiederzusehen. Endlich wieder zu Hause. Und dir endlich wieder in gepflegter Atmosphäre Schach zu kommentieren. Was kann's schönes geben? Morgen 20 Uhr. Ich freu mich. Ich geh jetzt ohne Senf kaufen. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.